Hallo, herzlich willkommen beim wöchentlichen Livestream aus den Hofer Studios. Wir streamen ja jeden Freitagnachmittag zur Zeit. Heute ist es mal wieder eine Zweierbesetzung mit meinem werten Kollegen Simon Götz. Vielen Dank, zu viel der Ehre. Ich freue mich auch. Ja, das hoffe ich doch. Double Team. Und ich bin der Christoph, ihr kennt mich vielleicht auch schon aus anderen Streams. Heute sitzen wir mal zu zweit hier und es geht weniger um ein Workshop, Tutorial-artiges Format. Sprich, wir wollen euch heute gar nicht allzu sehr zeigen, wie macht man Sachen. Zumindest versuchen wir das mal ein bisschen zu umschiffen, sondern eher so ein bisschen Plug-in-Tipps geben. Konkret geht es um Freeware. Ausschließlich Freeware. Ausschließlich Freeware. Mit Ausnahme der DAW vielleicht. Ja gut, klar. Wobei in Cubase LE hätte man es vielleicht auch hingekriegt. Oder das ist ja fast Freeware, fehlt ja nicht mehr viel. Ja, für den Stream hätte es gereicht eigentlich. College-Studenten kriegen ja glaube ich sogar eine Cubase LE-Version für Free für einen Basic-Kurs. Ja. Ja, ansonsten gibt es auch da DAWs. Wir machen es trotzdem in Cubase jetzt, weil es ist schon offen. Ja, ist alles vorbereitet und macht ja irgendwas Sinn. Genau. Also wir haben uns im Grunde so ein bisschen so, das ist ein recht freies Format. Und wir haben uns ein bisschen so vorbereitet. Wir haben einfach gedacht, wir wollen mal ein paar Tipps loslassen, was aus unserer Sicht so ein toller Freeware auf dem Markt ist, zum Produzieren und zum Mischen. Und das haben wir so ein bisschen geteilt im Vorfeld. Und konkret hieß das, ich habe einfach mal so aus meinen jahrelangen Erfahrungen mit Mischen und Mastern primär, habe ich einfach mal so ein bisschen mein Hirn durchforstet und meine Rechner, was es so für tolle Freeware Sachen zum Mischen gibt. Also sprich Effekte, Kompressoren, Hallgeräte etc. Und so Mixing-Tools. Und der Simon hat die Aufgabe bekommen, so seine Rechner und sein Brain zu durchforsten und Klangerzeuger rauszusuchen. Genau. Das ist ja auch wie Sand am Meer, sowohl in deiner als auch in meiner Welt oder sagen wir einfach mal in unserer generellen globalen Audio-Welt. Das heißt, wir werden jetzt nicht sämtliche Freeware, die großartig ist oder auch weniger gut ist, keine Ahnung, vorstellen. Das geht ja gar nicht im zeitlichen Rahmen. Aber einfach mal so ein Einblick, was wir zum Teil auch selber nutzen, was sich vielleicht etabliert hat auch schon seit einigen Jahren oder ein paar kleine Geheimtipps zum Beispiel, wo man für kein Geld viel Sound bekommt. Und das schauen wir uns einfach mal ein bisschen genauer an, würde ich sagen. Genau. Das ist der Plan für heute. Wir haben natürlich auch wie immer ein Live-Chat in YouTube hier am Start. Genau. Der Workshop ist übrigens heute nicht geteilt. Das heißt, die ganzen zwei Stunden finden auf YouTube statt. Für jedermann. Wie Simon schon ganz korrekt gesagt hat, da draußen gibt es viel mehr Freeware im Tontechnik-Bereich, als wir irgendwie jemals auch nur ansatzweise auflisten könnten. Ja. Es muss also hier auch gar nicht die Vollständigkeit sein, aber ich merke schon, hier kommen die ersten Tipps, fangen glaube ich schon an. Ihr könnt also ruhig auch im Chat einfach teilnehmen und nicht nur Fragen an uns stellen, die wir natürlich auch gerne beantworten, wenn wir können. Ja. Und sondern auch gerne eure eigenen Empfehlungen aussprechen, wenn ihr sagt, so ich habe da auf jeden Fall ein Plugin, das muss die Welt kennen. Das habe ich letztens entdeckt, kostet nichts. Aber ja, heute geht es um Freeware. So sieht es aus. That's the topic. Dann steigen wir doch mal direkt ein, würde ich sagen, oder? Ja. Willst du starten mit Sounds? Ich starte einfach mal mit einem Drum-Sampler, der mich jetzt tatsächlich schon ein paar Jahre begleitet. Das ist tatsächlich auch ein Ein-Mann-Unternehmen aus Karlsruhe, Manda Audio. Ich hatte auch schon mit ihm zu tun. Daniel heißt der gute Mann. Wird auch noch mal ein bisschen näher in unserem Drum-Programming-Kurs am Hofer College beschrieben. Also da geht es ja auch darum, wie man Schlagzeug realistisch oder auch elektronisch am Rechner programmieren kann. Und also ich persönlich finde, das ist echt eine richtig coole Freeware, weil die echt viel kann für das, dass sie quasi nichts kostet. Dann steigen wir da doch einfach mal direkt ein. MT-Power-Drum-Kit 2. Heißt das gute Gerät. Geil, habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört? Das ist doch auch schon mal was, würde ich sagen. Ist jetzt halt einfach mal ein Standard-Kit, wie man hier sieht. Mit Bass-Drum, zwei Hänge-Toms, sprich Tom-Toms, einer Stunt-Toms, Snare, Hi-Hat, zwei Crash-Becken, sogar ein China, Chinese-Symbol und ein Ride-Becken. Und damit kann man ja eigentlich schon relativ viel machen, sage ich mal. Und wir haben einfach mal ein Standard-Groove. Und ich würde sagen, wir hören uns das Ding einfach mal an. Ich spiele es mal an. Jetzt hoffen wir, dass hier auch gleich Sound rauskommt. Okay, wunderbar. Ja, der Name ist Programm. Das ist auf jeden Fall ein Rockset. Da geht was. Das ist auf jeden Fall ein Rockset, würde ich sagen. Allein die Snare, die knallt schon relativ gut, wie man da gehört hat. Da kommen wir auch noch dazu, weil da möchte ich euch auch mal zeigen, wie ich jetzt beispielsweise dieses Kit einsetze. Gar nicht so stark im Kontext des Drum-Programmings, aber wie gesagt, dazu später mehr. Gucken wir uns die Oberfläche kurz an. Also ich habe schon ein bisschen was zum Kit allgemein gesagt. Wenn wir hier mal in den Mixer-View gehen, dann sieht man, ah, okay, ich kann quasi im Plugin selbst intern meine Lautstärken regeln, mein Panorama regeln. Ich kann hier sogar einzelne Spuren ausschalten, wenn ich das möchte. Ich kann hier oben einzelne Gruppierungen vornehmen, wie ich das dann auf den Master hier routen will oder auch mal alles ausschalten. Das ist schon relativ cool. Und was ich persönlich auch sehr gut finde, wir haben ja jetzt hier bis auf diesen Kompressor, komme ich gleich dazu, eigentlich keine Effekte am Start. Das bedeutet, wenn man jetzt einen Effekt auf diese, nennen wir es mal Instrumentenspur legen würde, dann würde der ja global auf alles wirken. Und das ist vielleicht nicht ganz so förderlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein bisschen Reverb nur auf die Snare geben will. Da würde man ja sagen, okay, ich route mir diese Einzelspuren aus der Software raus, dass ich sie in meiner DRW wirklich als Audiospuren zur Verfügung habe und meine Audio-Effekt-Kette. Dann kann ich sagen, okay, cool, ich habe hier unten acht Busse, acht Ausgangsbusse. Ausgangsbusse, da kann ich zum Beispiel sagen, okay, meine Bassdrum, meine Kick, die liegt ja hier auf Bus 1, meine Snare, die liegt hier auch auf Bus 1 standardmäßig. Aber ich könnte jetzt sagen, okay, ich route die auf Bus 2, Side-Stick zählt eigentlich auch zur Snare dazu, wenn man so will. Und dann kann ich da im Prinzip durchgehen. Ich könnte jetzt auch sagen, ich mache wie so eine Art Tom-Gruppe, gruppiere die Toms auf Bus 3, 4, 5 oder was auch immer. Und die landen dann auf einem eigenen Audio-Kanal in der Cubase-Wischung? Und das kann man ja, gut, jetzt in dem Fall in Cubase einfach einstellen, dass man sagt, okay, zeige mir die Einzelkanäle an. Das geht ja in jeder DRW so ein bisschen anders, deshalb muss man da jetzt aufpassen, was man sagt. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber das Routing ist wirklich sehr, sehr vielseitig und das finde ich eigentlich ganz cool. Und was man da noch machen kann, ich habe ja gesagt, Effekte sind eigentlich keine am Start, bis auf den Kompressor. Das ist ein paralleler Kompressor, der wird im Signal einfach dazu gemischt. Der ist jetzt hier bei der Snare zum Beispiel dann auch schon aktiviert. Wenn man da das dann einfach mal quasi reindreht, wenn ich mal die Snare ein bisschen spiele, dann sieht man schon, Vergleich, oh je, okay, da. Also der wird quasi parallel durch diesen Regler hinzugemischt, wie so eine Art interne Parallelkompression. Damit kann man auch nicht allzu viel falsch machen, weil da kommt einfach so eine Fettnis dazu, hat man jetzt gut gehört, ohne dass jetzt der Transientflöten geht. Ja, so sieht es aus. Da muss man mit Kompression ja immer ein bisschen aufpassen, Achtung, Regel zeigen, Attack, Release, Einschwingphase beachten, Transient und so weiter. Und genau, also man hat es quasi hier pro Spur und kann das dann auch entsprechend auswählen. Und das ist eigentlich schon echt eine relativ coole Sache, was das angeht. Und ja, man könnte jetzt hier zum Beispiel auch sagen, okay, ich invertiere das Panorama, sprich aus Sicht des Schlagzeugers, der ja am Set dran sitzt, oder aus Sicht des Publikums, das auf die Bühne schaut. Bei einem Linkshänder-Drummer muss man ja auch wieder ein bisschen aufpassen, da ist es genau umgekehrt. Von dem her, wenn man einfach mal schnell switchen möchte, um zu hören, okay, wie mische ich denn, mache ich es aus Sicht des Drummers, aus Sicht des Publikums, ist eigentlich sehr flexibel. Also da hat er sich echt was dabei gedacht. So, und im Prinzip hier in der Groove-Sektion, da ist so eine Art eigener Sequencer drin. Also ich kann hier wirklich sagen, okay, ich wähle hier mal was aus, ziehe das dann entsprechend hier mal rein, habe vielleicht denn hier noch irgendwie so ein kleines Fill dazu. Lass uns mal abspielen. Das ist eigentlich schon cool, da kann man sich hier irgendwie tatsächlich so sein Groove zurechtbauen. Man geht ja oft von einem Loop aus, also gut, bei mir ist es ein bisschen anders, ich bin halt Schlagzeuger, das heißt, ich habe meistens im Kopf, was ich haben will, programmiert es dann. Ich habe jetzt vorhin hier auch mal ein bisschen hier dran rumgespielt an der Klaviatur, aber wenn man jetzt einfach mal eine Basis bräuchte für sein Drumarrangement, dann kann man ja eben diese Loops hier nutzen, mit Fills und so weiter, sich da schon mal so was Loop-mäßiges zusammenbauen. Ich finde es auch super praktisch für Songwriting oder so, weil man braucht oft einfach nur einen Schlagzeuger auf Knopfdruck, das muss sogar noch gar nicht ausgecheckt sein. Absolut, genau, richtig und dafür ist es auch gedacht. Und dann kann man das tatsächlich auch in seine DAW ziehen, auf eine MIDI oder auf eine Instrumentenspur und hat dann quasi das, was man jetzt hier sich schon mal vorbereitet hat, als MIDI-Information hier vorliegen und kann dann halt im Schlagzeug oder im Piano-Roll-Editor seiner DAW entsprechend bearbeiten, wenn man das möchte. Und dann kann man die jetzt auch mit rüberziehen, also dass ich tatsächlich, ich kenne das aus anderen Klangerzeugern, so Easy-Drummer und Co., dass ich das auch rüberziehen kann in meine DAW. Ja, das meinte ich ja. Und da habe ich dann echt MIDI. Genau, richtig, da hast du dann halt, also im Prinzip, wenn ich jetzt hier eine MIDI-Spur habe, die habe ich hier bei der Triggerspur, das Instrumentenspur, da könnte ich das hier im Prinzip draufziehen. Okay. Machen wir mal kurz, ich hoffe, dass alles passt. Genau, hat funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Genau, da sind jetzt alle Informationen drin, wenn man hier mal kurz absteigt, dass ich dir das auch beweisen kann, dass es so ist. Ich würde es dir auch glauben. Genau, das siehst du hier. Das ist hier der Standard Cubase, Editor, General MIDI-Standard, auch mit Velocity und so weiter ein bisschen, das hier alles mal auswählt. Ja, ich finde das ganz praktisch, so kann man sich dann irgendwie so ein grobes Arrangement schon mal vorbasteln und die Sound-Idee dann rüberschieben zum weiteren Bearbeiten. So sieht es aus, richtig. Und dann kann man weiterarbeiten. Also das ist schon echt eine richtig coole Software. Wie gesagt, Klang, da komme ich gleich dazu, wie ich diese Software einsetze. Ich habe natürlich auch jetzt im Studiokontext, wir haben ja hier bei Hofer auch Toontrack-Sachen, wir haben auch BFD ein bisschen was, Addictive Drums weiß ich jetzt gar nicht, habe ich aber glaube ich auch schon gesehen. Ich glaube, der Jochen nutzt das manchmal. Okay, und halt so Kontaktsachen, Native Instruments und was es alles gibt. Es gibt ja alles in irgendeiner Form. Aber das meiste kostet was. Das kostet was, genau, richtig. Deshalb meinte ich, okay, wie ich das jetzt persönlich einsetze. Es geht natürlich schon auch deutlich hochwertiger, das muss man jetzt fairerweise ganz klar sagen. Aber ich finde zum Beispiel diesen Snare-Sound schon relativ brachial. Der knallt schon echt richtig gut. Und wenn man jetzt einfach mal kurz guckt. Okay, ich habe hier mal was vorbereitet. Das ist jetzt eine Schlagzeugaufnahme, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe. Das sind echte Drums. Ja, aber die Snare kann auch noch ein bisschen mehr gebrauchen. Kann man schon irgendwie machen. Ist jetzt komplett unbearbeitet, roh und so weiter. Und dann habe ich einfach mal hier, das geht ja mit den meisten DAWs auch, dass man quasi diese Snare-Audiospuren in ein MIDI-Event umbearbeitet, mit dem Threshold, mit dem Schwellwert, mit den Hitpoints. Und dann habe ich hier quasi eine MIDI-Spur erhalten und die habe ich jetzt nochmal geroutet auf dieses MT-Power-Drum-Kit 2. Jetzt hören wir uns mal das kurz an, wie das klingt. Einfach nur die Snare, die Trigger, sprich meine MIDI-Daten sprechen die Snare jetzt hier mal an. Halt, da ist noch was anderes Solo, was nicht sein soll. Gucken wir nochmal. So, können wir gerne ein bisschen lauter fahren. Das gleicht jetzt quasi der Snare. Alles klar. So, und jetzt hören wir uns das nochmal an, das ganze Ding. Jetzt fahre ich mal den Trigger dazu. Aha. Ja, das ist eine andere Welt, ne? Jetzt kann sich die Snare schon deutlich besser im Mix durchsetzen. So kann sie sich besser durchsetzen, aber trotzdem noch irgendwie dieses Grundtonverhalten, sage ich mal, durch die Original-Snare. Aber ein bisschen mehr Transient, ein bisschen mehr Punch, gerade bei so einer Rocknummer, kann das schon irgendwie Sinn machen, ne? Und da finde ich eigentlich, also gerade zum Triggern, mit der Bassdrum kann ich das natürlich auch machen, mit Toms und so weiter und so fort. Aber gerade so zum Triggern, um es ein bisschen anzufetten über ein Layering, mache ich eigentlich ganz gerne. Da habe ich schon echt gute Resultate erzeugt und kostet nichts, also echt cool. Der ist eigentlich ein No-Brainer. Ja, so sieht es aus, richtig. Vielleicht nicht das Richtige für die Funk-Nummer, aber gerade für die Rock und Metal, das ist auch eine bestimmte cool Sache. Das ist richtig, genau, ganz genau. Aber bei Funk dann zu Triggern, das ist auch irgendwie ein bisschen verpönt, glaube ich, oder? Stimmt auch, da ist ein bisschen was dran. Ja, da, das ganze Feeling, die Ghost Notes und so weiter, das ist natürlich schon sehr, sehr aufwendig, was das Arrangement angeht. Genau, stimmt. Schon runtergeladen und installiert, naja, coole Sache. Ja, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Genau, vielleicht noch irgendwie kurz zum Plugin selbst. Also, wenn man das erste Mal startet, dann kommt da so eine Seite, dass man was spenden kann. Also, ich habe das damals auch gemacht, einfach weil ich die Software cool finde und weil der Entwickler wirklich cool drauf ist, wie gesagt, ein Karlsruher Jung. Ich habe dem 20, 30 Euro, glaube ich, gespendet und dann ist quasi dieser Welcome-Bildschirm, bitte was spenden oder überspringen, ist dann weg. Und du hast es im Prinzip wirklich ohne Einschränkungen. Na gut, aber ein Welcome-Bildschirm tut ja nicht weh. Es tut ja nicht weh, ne, genau. Den klickt man weg und dann geht es weiter. Ja, sowas unterstütze ich gerne von dem her. Ja, scheint einen guten Job gemacht zu haben. So sieht es aus. Fängt nicht allzu schlecht. Ja, kann man schon machen irgendwie, gell? Hier kommt gerade eine Frage vom Klangbieger im Chat. Moin, gibt es alle Plugins auch als Airtas? Ja, das fängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Plugins konzipiert sind. Airtas ist ja ein veraltetes Pro Tools Format mittlerweile. Wir sind ja seit Pro Tools 11 eigentlich schon bei AAX. Das heißt, du hast wahrscheinlich noch Pro Tools 10 vermute ich mal. Ich habe auch noch eine Pro Tools 10 Version daheim irgendwo rumfahren. Und da musst du tatsächlich mal auf der Herstellerseite schauen. Also Manda Audio ist es ja, MT PowerDrum G2. Ob es eine Airtas Version gibt, für einige deiner Plugins oder unserer Plugins heute habe ich gesehen, gibt es das definitiv. Manche sind aber wirklich auch nur im VST und nicht mal im VST3 Format vorhanden. Also es variiert. Die allermeisten würde ich sagen ja, weil man ja global am Start sein will. Klar. Aber gerade bei Freeware kann man natürlich auch... Man kann jetzt nicht die Welt erwarten. Das ist halt Aufwand. Pro Tools spricht eine ganz andere Sprache als Cubase oder Logic. Da muss man echt ein bisschen danach schauen und einfach mal testen. Genau. Gut. Sogar Version 9 hat er noch. Pro Tools 9. Das war, glaube ich, sogar noch auf Englisch, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ist ja cool, ne? Wenn es funktioniert auf deinem System, alles gut. Professionelles Werkzeug. Never change a running system, ne? Ganz klar. Cool. Alles klar. Soll ich vielleicht gerade mal ein Plugin darauf zeigen? Oder zwei? Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Auf jeden Fall eine kleine große Liste, würde ich sagen. Ja, man muss ja auch nicht alles davon machen. Aber vielleicht nutze ich einfach gerade mal, was du hier hattest. Ja, sehr gerne. Tob dich aus. Ich bastle vielleicht das gerade mal hier irgendwie in eine Gruppe rein oder sowas. Dann haben wir hier einfach mal eine Drumgruppe. Kann nie schaden. Das klingt nach Kompression, ne? Ja, und da kann man dann einfach mal was drauf machen, dass es ein bisschen interessanter ist. Genau. Sehr schön. Ja, was soll's. Und dann lupen wir das einfach. Prima. So, das sind die Drums, die ihr jetzt schon gehört habt. Und ich weiß jetzt bis zu diesem Moment noch gar nicht genau, welches Plugin ich als nächstes zeige. Aber vielleicht ist dein erster Tipp schon gar nicht so schlecht, da was Kompressormäßiges zu zeigen. Ähm, man könnte es zum Beispiel mal mit einem Freeware-Plugin aus, ähm, von Akustiker-Audio probieren. Äh, die finde ich klangmäßig ziemlich cool. Die sind aber sehr, sehr, ähm, äh, Prozessor-intensiv, sage ich mal. Ah, okay. Das Ding heißt Tan, heißt das wahrscheinlich. Ähm, und ist so ein bisschen, ja, die machen das schon viel, auch so Analog-Zeug. Exo-Rate, ich weiß, schrauben die wirklich analoge Kisten auf, äh, und messen dann da drin die verschiedenen Kondensatormärte ab, oder was auch immer. Man sieht's ein bisschen an der GUI, ne, dass es, äh, definitiv ein bisschen Vintage ist, ne. Ja, cool. Ja, äh, ich kann Farbe ganz gut leiden. Äh, ich benutze jetzt den Tan sehr häufig so als Parallelkompressor oder so. Was heißt häufig so häufig auch wieder nicht, aber wenn, dann kommt er bei mir meistens so als Parallelwerkzeug zum Einsatz, weil er eben eine recht schmutzige, ja, und eben so eine Vintage-Färbung hat. Ja. Und das ist manchmal ganz cool. Cool. Ich hab ihn jetzt aber einfach mal als Insert auf dem Drumbus geladen und gucken, ich dreh mal ein bisschen rum und wir gucken mal, was der Ten von Akustiker so liefert hier. Ja. Ja, aber... Da greift er auf jeden Fall mal zu. Back-up gehen. Ah, da fängt der Schmutz an. Ja. Ja, also ein recht aggressives Gerät. Ähm, es ist nicht unbedingt das Richtige, um es, ähm, vorsichtig einzusetzen, sag ich mal. Ja, sondern wirklich als Farbe. Den soll man hören, darum geht's, ne? Ja, ja, ja. Der will gehört werden. Mir gefällt er ganz gut. Er ist sicherlich nicht das Richtige für jedes, äh, Gerät. Ähm, der AW-Sound ist recht leise. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht hier auf dem Master ein bisschen anpassen können. Den Rest soll dann die Regie besser machen, da ist etwas mehr Kontrolle. Ähm, ich drehe noch ein bisschen weiter dran rum. Was mir hier besonders gut gefällt bei dem Gerät ist, dass ein, äh, Dry-Wet-Regler am Start ist. Hier ist so ein Schmott oder was auch immer das heißen soll. Ich hab's nicht nachgemessen und auch nicht nachgelesen im Handbuch. Vielleicht findet ihr da bei Akustiker genauere Informationen. Ja, ja. Ich meine, es ist so eine Art, ähm, äh, so eine Art Sidechain-Filter, dass er einfach dann auf unterschiedliche Frequenzen reagiert. Ja. Ähm, so jedenfalls reagiert er so ein bisschen in die Richtung. Okay. Next-Town Sidechain hat das Ding keinen, oder? Ähm, nein, so sieht es nicht aus. Ist auch nicht unbedingt das Plugin, was ich für sowas verwenden würde. Es ist eben eher so eine Colorbox. Ein kleinen Button, den man leicht übersieht, der ist hier rechts unten. Zack, da geht die Lampe an und da steht Pre drunter. Das ist so eine Art Preamp-Emulation, das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr Sättigung. Man merkt auch schon, wenn ich klicke, dass er hier irgendwie, ja, bestimmt eine Sekunde braucht, bis er reagiert. Ich verstehe, ja. Das gibt ein Gefühl dafür, ähm, wie viel da unter der Haube tatsächlich passiert. Also per Hand möchte ich das Plugin nicht rechnen müssen. Ja. Ich schalt's mal ein und aus mit dem Pre, dann gucken wir mal. Cool. Ja, ist subtil. Ist subtil. Das sind so Unterschiede, die sind so in der Welt des Masterings ziemlich von Relevanz. Gibt eben nochmal so eine ganz leichte Farbe, ne? Ein Mojo, sagen wir mal. Das wäre so ein Plugin, was ich bei Drums ganz gerne zum Beispiel parallel zumische oder so, um eben so ein bisschen so den Schmutz dazu zu geben. Kostet nix, außer CPU-Leistung. Ja, was haben wir noch? Wir könnten zum Beispiel auch, ähm, was bei Drums ja ganz gut funktioniert, vielleicht machen wir das sogar nur auf der Snare hier drauf. Ähm, recht beliebt, gerade so für einen metallischen Kontext, das dürftest du hier oder da mal benutzt haben, ist ein, äh, ein Transit-Designer. Ja, verständlich, ja. Bisschen mehr schnalzen. Ja. Äh, und da hab ich sogar hier mal zwei aufgeschrieben, die nichts kosten und einen ganz guten Sound machen. Cool. Fangen wir mal mit dem, mit dem Bittersweet an. Der ist aus dem Hause Flux. Ui, das sieht aber nett aus. Ja, so ein One-Nob-Ding, aber wenn man genauer hinguckt, kann's, äh, ist ein bisschen mehr am Start, als man gleich sehen könnte. Aber hallo. Also, ähm, das ist bitter und sweet. Ist ein Transit-Designer. Wenn ich jetzt, ich mach vielleicht mal die Snare auf Solo, um das noch ein bisschen klarer zeigen zu können. Ich merke, klingelt gerade ein Telefon. Ist das deins? Na ja. Eigentlich nicht. Ähm, genau. Auf dem Snare-Top, wenn wir hier den, äh, Bittersweet drauflegen. Ich hab auf der rechten Seite mehr Transient, da schnallt es besser. Und auf der linken Seite hab ich Sweet, da kriegt es mehr Sustain. Ich kann's also weicher oder knackiger machen, das Ganze. Ich fang mal ganz weich an. Jetzt drehen wir das auf. Ui, ui. Klassisches Transit-Designing, ne? Klingt gar nicht schlecht, muss ich sagen. Der klingt nicht allzu schlecht. Also, wenn man ihn so ein bisschen vorsichtig verwenden, klingt der ganz gut. Ja, genau. Anteilig dazu, genau. Cool. Also, im Grunde, man kennt das auch von SPL. Ja, klar. Das ist so das klassische Hardware-Gerät. Wir haben da auch eins in der Vierer-Variante im Rack. Plug-in find ich auch ganz cool. Auch das Plug-in klingt ziemlich gut, das stimmt. Auch schon mit Arbeiten, ne? Gibt's auch aus unterschiedlichen Häusern. Also, ich glaub, da Plug-in-Alliance und Waves und da hat irgendwie jeder sich mal dran versucht. Aber, ähm, die kosten halt was. Und das hier nicht. Und nicht so ganz wenig, ja. Ne, die sind, dafür wie simpel die eigentlich sind, sind sie nicht ganz günstig. Ja. Was mir besonders gut bei dem Gerät hier gefällt, ist, ähm, der Regelweg ist relativ sanft. Also, ich benutze tatsächlich den Bittersweet so, wenn ich nur ein bisschen mehr Snap, Smack brauche oder wenn ich so ein bisschen zum Beispiel bei einem Room-Mic den Transienten etwas abschwächen will, damit die sich nicht so mit dem Direktmikrofon ins Gehege kommen oder so. Dafür funktioniert das ganz gut. Und besonders flexibel wird das durch diese kleineren Regler, die hier fast ein bisschen versteckt sind. Hier steht Period dran und hier kann ich tatsächlich eine Zeit einstellen, ähm, was sozusagen per Definition noch als Transient durchgeht. Ah, cool. Also, wenn ich jetzt hier bitter ganz aufdrehe, dann kann ich entweder eine lange Zeitperiode, es steht jetzt hier 120 Millisekunden, entweder es sind wirklich diese 120 Millisekunden des Anschlags, die angehoben werden oder eben abgesenkt, wenn ich Richtung Suite drehe, oder ich kann einen ganz kurzen Transienten wählen. Das gibt also eine ziemlich gute Flexibilität, die man so nicht selbstverständlich bei allen Transient-Designern findet. Hier oben kann man dieses ganze Gerät dann auch nochmal in drei Stufen zwischen Fast, Medium und Slow umschalten. Entspricht im Grunde demselben, arbeitet dann aber in unterschiedlichen Zeitbereichen. Also, das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, gut, ein Output-Gain ist selbstverständlich, da muss man dann, gerade wenn man viel Transient reindreht, soll man vielleicht auch zurückziehen, sonst klippt der Output. Gut, dafür ist das gut. Und hier hat man dann noch die Möglichkeit, das Ganze, das ist ein bisschen kryptisch beschriftet, wie ich finde, normalerweise steht das auf Main, das ist einfach dann nur ein Stereogerät, das heißt, ich kann jetzt, wenn ich es auf einer Stereospur hätte, das ist jetzt eine Monospur, aber wenn ich das auf einer Stereospur hätte, wird bei Main einfach ganz normal, wie man es erwarten würde, das ganze Signal bearbeitet. Wenn ich auf Center gehe, ist es nur der M-Kanal, nur der Mittenkanal. Ah, okay. Und die Seiten bleiben unbeeindruckt. Cool, okay. Und ja, Stereo steht dann entsprechend natürlich für den S-Kanal und ich kann dann auch nur den S-Kanal entsprechend bearbeiten. Kann doch relativ viel eigentlich, muss man sagen. Cool, ne? Dass es free ist, ja. Für 0,0 Euro auf jeden Fall ein guter Deal. Ja. Den kriegt man direkt bei Flux. Ich glaube, man muss einen kleinen Account einrichten, aber die haben mir jetzt nie viel Spam geschickt, also alles entspannt. Und dann kriegt man da einen Downloader für alle Software von Flux. Machen ja viele Brands so. Aber man muss natürlich nur dieses installieren, wenn man die anderen nicht lizenziert hat oder nicht testen möchte. Also ein cooles Gerät. Und wenn man, wenn das nicht ausreicht, wer mehr braucht, der kann zum Auburn Sounds, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Auburn Couture greifen. Das ist auch ein Transit Designer, sieht viel komplizierter aus, als er eigentlich ist. Ja, da passieren einige Sachen. Das ist fast eine ganze Kette von A bis Z, oder? Was ich da so sehen kann. Da ist einiges an Bord. Da ist aber nicht alles freigeschaltet, oder? Das ist eine Teilweise. Das sagst du ganz korrekt. Man sieht, hier oben ist ein Upgrade-Button. Wenn ich da draufklicke, geht die Website auf und ich kann die Vollversion kaufen. Aber keine Angst, das ist jetzt keine Demo in dem Sinne, sondern die Kernfunktion, für die man es eigentlich benutzen will, nämlich Transient Shaping, die ist da in der kostenlosen Variante an Bord. Das Einzige, was hier nicht geht, ist der Bereich hier unten. Wenn ich da was klicken will, dann steht da Locked. Aber wenn man mal die Überschrift liest, das ist ein Saturator. Und ich will ja einen Transit Designer, also ignoriere ich dieses Feld da unten einfach. Ihr könnt euch das hier also wegdenken. Ist trotzdem ganz cool nochmal, gerade in Verbindung mit Transient Shaping, ist also mit verstärkten Transienten, ist so ein bisschen eine Zerre ganz cool. Man kann die gut steuern gegeneinander, wie stark es in die Zerre reingeht. Wahrscheinlich dachten sich das auch die Jungs und Mädels von Auburn und haben das daher kombiniert. Aber wenn ihr darauf Bock habt, ladet einfach einen Saturator danach. Ich zeige auch den ganz kurz, ihr werdet merken, das Prinzip ist dasselbe. Ich habe einen Button, kann ihn rechts und links drehen, genau wie beim Bittersweet. Sehr simpel, allerdings arbeitet der viel krasser. Also wenn ich wirklich so ein richtig übertriebenes Shaping haben will, dann greife ich hierzu. Ich starte mal in der Mitte und drehe da einfach mal nach rechts auf und dann dürfte die Snare immer krasser knallen. Oh ja. Und da sieht man, da geht einiges. Da geht einiges. Und hier oben, das war den Leuten wohl noch nicht genug. Hier gibt es auch nochmal einen X3-Button, das Ganze wird dann nochmal verstärkt. Alles klar. Da geht einiges. Halleluja. Also falls ihr irgendwie eine Schlagzeugaufnahme habt und denkt, ja. Wo ist denn die Snare? Wo ist die Snare, genau. Dann könnte es vielleicht der kostenlose Orbe und Couture retten. Auch hier gibt es verschiedene Regler, die recht selbsterklärend sind, wenn man den Symbolen folgt. Man hat eine Geschwindigkeitskonstante, genau wie beim Bittersweet eigentlich, und kann das Ganze noch ein bisschen mehr verlagern auf die vordere Hälfte der Welle oder auf die hintere. Relativ simpel. Im Grunde ist es das schon. Wie gesagt, der Saturator hier drin, der ist ausgegraut. Kriegt man ein günstiges Upgrade. Ich glaube, es ist gar nicht so 30, 40 Euro oder so, wenn man das auch freischalten möchte. Ansonsten in der FreeWeb, wie gesagt, gehört nicht unbedingt zur Kernfunktion. Auch hier hat man einen Dry-Wet-Regler, was ich auch bei Transient-Designern sehr cool finde, diese Möglichkeit zu haben. Hier auch grundsätzlich kann man den Amount noch ein bisschen regeln. Das war jetzt voll aufgedreht. Ja, hat man auch gehört. Ist wahrscheinlich rübergekommen. Und was ich aber sehr, sehr clever finde, und das findet man so bei Transient-Designern normalerweise auch nicht, ist hier so ein Detect-Pfad an der Seite. Man sieht hier schon, wenn ich umschalte, wird eine gewisse, ich nenne es mal wie so eine Analyzer-Kurve dargestellt. Und das ist tatsächlich, wie das Gerät den Transienten erkennt. Da ist sozusagen ein Side-Chain-Filter, würde ich das mal nennen. Und es sind drei Presets hinterlegt. Flat ist so ungefähr flat. Man sieht, der Bass wird ein bisschen weniger beeinflusst. Dann gibt es einen Human, der eben an das menschliche Gehör angepasst ist. Und hier ein, was steht da, Sybil, wahrscheinlich für Sybilanz oder sowas. Damit hat man auch nochmal die Möglichkeit, so ein bisschen die bestimmte Charakteristik des Drum-Sounds zu formen. Finde ich sehr, sehr praktisch. Absolute Empfehlung, wenn euch Bittersweet nicht reicht und ihr wirklich einen Haufen Transient wollt. Wer kennt gute VSTs, die MPC-ähnlich sind, die man selber Drums belegen kann? Das ist so ein bisschen deine Welt auch, oder? Ja. Bist du da mit irgendwas am Start? Ich weiß nicht, im Kontakt ist vielleicht das eine oder andere drin. Es gibt ja diesen Kontakt-Free und die bezahlte Version. Und der Kontakt-Free, der kommt ja auch mit einigen Sounds. Ich glaube, dass da auch drummäßig ein bisschen was am Start ist, oder? Genau. Also grundsätzlich, die MPC von Arcai ist ja so ein klassischer Hardware-Sampler. Davon gibt es dann auch, dann haben wir später noch eine Controller-Variante, die ähnlich wie die Native Instruments Maschinen dann computergestützt arbeitet. Egal, welche MPC man meint, es ist immer ein Sampler. Das heißt, also gut, der hat auch ein bisschen Synthie-Funktion in manchen, aber im Grunde ist es ein Sampler. Vor allem die Drum-Sounds, die kann man sich dann von Schallplatte, von Splice aus dem Internet oder von einem anderen Song klauen. Woher auch immer. Das heißt, im Grunde sind die, wahrscheinlich, Manfred, meinst du damit, eine Art Pad-Sampler, der so vom Aufbau so ein bisschen so strukturiert ist. Ja, wie so das typische Pad, das man kennt. Genau. Beziehungsweise die Oberfläche mit den Pads drauf. Genau, ich habe hier drüben auch so ein Ding rumstehen, so eine Maschine. Das ist so der Aufbau. Samples findet man überall, auch for free im Netz oder wo mittlerweile viele dann sich bedienen, sind dann auch von entsprechenden Bezahldiensten wie Splice oder ähnliches. Aber es gibt auch sehr, sehr viele kostenlose Pakete online. Wie du schon gesagt hast, im Grunde jeder, jede DAW kommt irgendwie mit einem Sampler mit, der das kann. Da ist auch oft ein Pad-Sampler dabei. Richtig, ja. Und für die simplen Funktionen, die wirklich aller MPC recht eingeschränkt sind, ist eigentlich fast immer schon ein entsprechendes Gerät mit an Bord. Und für den Sound ist es bei einem Sampler eigentlich vollkommen wurscht. Du kannst tatsächlich, also du kannst Kontakt nehmen, du kannst den Sampler deiner DAW verwenden. Du kannst, es gibt auch Freeware-Sampler, aber ich habe da gar keinen mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du zufällig was dabei hast, was in die Richtung geht. Nein, also speziell keinen, aber ich schließe es auch nicht aus. Es gibt ja auch diese Seite VST for free, also vor im Sinne mit einer 4 geschrieben. .com ist es, glaube ich. Da kann ja im Prinzip jeder sein Plugin zur Verfügung stellen, aber da gibt es schon auch das eine oder andere, richtig coole. Da würde ich einfach mal schauen, also Drum Machine oder Drums einfach eingeben, Drum Sampler und mal gucken, was es da dann so gibt. Und vor allem, wie die halt auch klingen, ob es für eure Produktion auch Sinn macht. Davon hängt es ja auch ab. Der Sampler selbst, also auch so ein NPC, der macht ja nicht allzu viel. Da ist er natürlich... Den muss man halt füttern und da ist es eher der Workflow dann. Exakt, genau. Ob und wie, ob einem das gefällt. Da gibt es also zahlreiche Optionen und wie man da hinkommt, macht jeder eigenständig. So sieht es aus. Hier, Black Wings schreibt, Graalien von Orburn ist wesentlich witziger. Ja, den habe ich auch mitgebracht. Also witzig trifft es eigentlich ganz gut. Den hast du mir, glaube ich, gestern gezeigt. Oder war das der, der so ein bisschen... Ja, ja, das war der, den ich kurz eingestellt hatte. Dann weiß ich schon Bescheid, ja. Sehr gut. Ich habe zwei, drei so Autotune-Varianten oder Alternativen dabei, die nichts kosten. Die zeige ich nachher auch noch. Coole Sache. Da können wir uns dann freuen, würde ich sagen. So, kennst du die Firma Ampelsound? Schon mal gehört? Nie gehört. Noch nie gehört tatsächlich. Aber wenn die Ampel rot steht, fahre ich nicht weiter. Ja, okay. Aber das ist eine Gitarre. So viel weiß ich. Cool. Tatsächlich, ja. Und zwar, also Ampelsound machen ja virtuelle Gitarreneffekte, beziehungsweise Amps und teilweise auch Instrumente. Amps, das erklärt den Namen. Amps, genau. Ampelsound, genau. Und die haben ja ein bisschen Freeware tatsächlich am Start. Einen relativ coolen Bass und auch eine Akustikgitarre. Und da dachte ich mir, okay, ich schaue mir das tatsächlich mal an. Ich bin gespannt. Und ich muss echt sagen, also für das, dass es Freeware ist, und man sieht ja auch hier schon anhand der GUI, also der grafischen Benutzeroberfläche, dass man da einiges einstellen kann. Und also ich weiß auch gar nicht, was hier jeder Regler macht. Ich würde sagen, jetzt hören wir einfach mal rein. Am Ende soll ja immer der Sound auch entscheiden. Auf jeden Fall, ja. Spiel mal was. Okay, da kommt auch tatsächlich Ton. Ich als Keyboarder spiele jetzt Gitarre. Ich als Keyboarder spiele jetzt Gitarre. Das ist eigentlich schon ganz cool, was da irgendwie so geht. Also was ich auch sehr interessant finde, diese Anschlaggeräusche, diese Strings, die sind schon relativ realistisch abgebildet. Stimmt. Und gut, ich bin Keyboarder, wie gesagt, kein Gitarrist. Ich habe jetzt einfach mal irgendeinen Lick halt gespielt, was mir in den Sinn kam. Es gibt hier verschiedene Modi. Und in diesem Standardmodus wird berücksichtigt, wie der echte Gitarrist spielen würde. Also Sachen, die nicht gehen. Wenn ich zum Beispiel hier, ich kann ja, ich habe fünf Finger an jeder Hand, ich kann einen Zehnklang spielen, wenn ich will. Aber der Gitarrist hat ja nur sechs Seiten. Also so arg viel mehr geht da nicht als jetzt sechs Töne. Und dementsprechend, wenn ich jetzt halt hier dann sowas spiele mit irgendwie allem, dann kann das gar nicht alles abgedeckt werden. Das heißt, manche werden auch einfach realistisch ausgelassen. Und deshalb klingt es halt auch, wie es klingt. Das heißt, nicht jeder Ton wird angeschlagen, den ich spiele, sondern manche werden ausgelassen, manche werden eben gegriffen, manche werden offen gespielt. Also wenn ich die Seite ungegriffen anspiele, ein offenes E klingt ja anders als jetzt ein gegriffenes E, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich schon cool, dass sie das hier auch wirklich abgebildet haben. Und in diesem Keyboard-Mode habe ich herausgefunden, da könnte man jetzt tatsächlich alles spielen. Also wie es jetzt ein Keyboarder spielen würde, klingt dementsprechend halt auch ein bisschen unrealistischer. Ja, stimmt. Das wäre dann gleich so was Hafenhaftes, weil es so viele Saiten sind. Da könnte ich jetzt auch ein Chor Chronos oder ein Yamaha Montage oder ein Roland, was auch immer, hinstellen mit den internen Gitarren-Sounds, die auch gut gesampelt sind. Aber von der Spielweise her ist das natürlich eine ganz andere Welt. Das denkt dann halt mit. Das ist ein cleverer Modus. Das ist eigentlich schon echt richtig cool gemacht. Und was ich auch irgendwie toll fand, jetzt muss ich gerade hier nochmal schauen, man sieht hier zwei Mikrofone, Mic 1, Mic 2, Stereo-Modus. Das bedeutet, das Ding wurde wohl tatsächlich mit einem Stereo-Setup gesampelt, vielleicht XY oder was auch immer, was man bei Gitarre nimmt. Und das kann man switchen, wenn man sagt, okay, ich habe ja eine Mono-Signalquelle, die möchte ich auch nur mit einem Mikrofon aufnehmen, was ja fürs Mixing vielleicht auch Sinn machen kann. Ja, je nachdem, wie man es platzieren will, ist das vielleicht leichter. Genau, und dann kann man halt auch tatsächlich sagen, okay, ich switche hier wirklich auf Mono oder ich drehe hier mal eins der Mikrofone ab und habe dann ein bisschen einen anderen Sound. Oh ja. Na genau, und das ist eigentlich schon relativ cool gemacht, dass man hier dann einfach mal umswitchen kann. In dieser kostenfreien Version ist es so, dass man tatsächlich nur Finger spielen kann. Also jetzt irgendwie mit Black drum gespielt, Western-Gitarre, das geht dann nicht. Aber ich meine, es klingt wie eine Gitarre, wenn ich das jetzt Solo hätte, während du jetzt gespielt hast und ich höre das in Solo, da merke ich schon, okay, ganz echt ist es nicht. Gerade so der Sustain klingt nicht 100 Prozent. Klar, ich habe auch tatsächlich noch nie eine Akustik-Gitarre aus der Box gehört, die wirklich echt klang. Die wirklich alles, alle Nuancen abdeckt. Aber ich glaube, wenn man das MIDI-Material entsprechend anpasst, kann man da viel rausholen und vor allem in einem Mix untergeordnet. Also wenn man nur Gitarre und Gesang hat, nimmt man lieber eine echte, aber wenn das halt irgendwie in einer großen Nummer zusätzlich... Oder auch mal für eine Techno-Nummer, wo es ein bisschen künstlicher sein kann. Oder das kann ja cool sein. Genau, und so ist es. Und wenn man dann eben, ich habe ja jetzt hier was angespielt live, wenn man jetzt seine MIDI-Events hat, dann kann man ja da noch mit Controller-Daten, mit Velocity und so weiter, mit Modulation auch ein bisschen arbeiten. Da kommen dann schon natürlich auch verrückte Sachen irgendwie zustande. Ich meine, dass ich da auch irgendwo einen Demosong gesehen habe. Ich lasse den mal kurz laufen. Mit Tabs. Falls er denn funktioniert. Ah ja. Das Drumming klingt echt gut. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, muss man schon sagen. Das Drumming hat mir besonders gut gefallen. Ja, also auch wie es abgebildet wird, wie so der Ton letztendlich klingt, so dieses Hölzern ein bisschen und auch diese Seitengeräusche. Das finde ich schon irgendwie cool. Und man kann hier, glaube ich, auch, wenn man jetzt mit Guitar Pro arbeitet oder irgendwie seine MIDI-Files hat, kann man die hier reinziehen. Die Tabulatur, man braucht es halt als Tab und kann sich das dann quasi zurecht machen, wenn man so arbeiten will. Das ist schon irgendwie cool. Dann gibt es noch irgendwie eine Effekt-Sektion, die relativ umfangreich ist. Oha, also für eine Akustik-Gitarre ist das viel. Das ist auf jeden Fall viel, würde ich sagen, was man da irgendwie machen kann. Ja, ist halt natürlich auch die Frage hier mit dem Vava, könnte man ja jetzt auf dem Controller irgendwie ruten, hier am Modulationsrad zum Beispiel. Ob man das so will und braucht, sei jetzt mal dahingestellt. Kommt auf Kontext an. Ja, ich muss sagen, also für das, dass es Freeware ist und auch wirklich von einer sehr renommierten Firma auch, die sich mit Gitarren-Sampling schon lange beschäftigt hat, ist das echt ein richtig cooles Teil. Ja. So sieht es aus. Hier sind noch ein, zwei Tipps im Chat von Flo23, hat was von einem Kollegen empfohlen, nämlich Destroyed von Damaged. Okay. Damaged Records, das ist das Label vom Adrian Klausing. Ja. Und der hat ja auch ein eigenes Freeware-Plugin. Stimmt, ja. Was ja auch aus unserem Dunstkreis stammt. Ja, ja, ja. Das ist, wie der Name schon vermutet und passt auch gut zum Label-Namen. Alles klar. Das ist eine Zerre. Das ist ein Zerstörer. Keine nette. Keine nette Zerre. Ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, falls du es nicht zufällig installiert hast. Ich habe es nicht drauf, nee. Ich mache ja weniger elektronische Musik, aber ja. Ich habe noch ein paar, wenn wir bei dem Thema sind, Alternativen. Gehen wir doch mal direkt über, würde ich sagen. Genau. Es ist zum Beispiel, wenn man auf eine Zerre steht, die auch in ein paar unterschiedliche Richtungen geht. Die liegt jetzt auf einer Akustikgitarre. Schauen wir einfach mal, was da rauskommt. Du musst aber was spielen dann. Ich kann auch mal was einspielen, wenn du magst. Wir können auch was aufnehmen. Ich spiele dir mal hier was ein. Wenn das dieses Gerät unterstützt. Ja, ja. Kannst du vielleicht nach den Drums irgendwo, dann kommt man nicht in die Quere. Wir sind im Solo. Es läuft schon. Okay. Ewiger Sustain. Ja. So eine schöne Melodie, die du da hast. Ja. Man tut, was man kann. Was die Fingers... Gibt es bestimmt schon in irgendeiner Form. Ja, ey. Typisches Zupfmuster eigentlich, weil dieser Finger hat gespielt, von dem her dachte ich mir, schauen wir mal, was da so geht. Passt ganz gut, ne? Besser als so. Okay. Also ich habe jetzt da mal, also den Destroyed, den könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen. Der ist bei Damaged Records auf der Website zu finden, der jetzt hier im Chat erwähnt wurde. Wie gesagt, den habe ich jetzt leider gerade nicht dabei, aber was anderes, was in diese Kerbe schlägt, einen ähnlichen Job für mich erledigen kann. Und ebenfalls Freeware ist. Ich klicke das jetzt auf die Akustikgitarre, das ist jetzt nicht die Standardanwendung, aber es wird reichen, um zu zeigen, was es kann. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Genau. Also das Ding ist eine Zerre. Lass mal rocken. Dein Lick hat die automatische Quantisierung nicht überlebt. Ich glaube auch, ja. Aber ich glaube, es reicht, um den Sound kurz zu zeigen von dem Plugin. Kein nettes Gerät. Auf jeden Fall. Hier ist auch ein DWSP-Regler, der steht für Downsampling. Okay. Kannst du da Bitcrushen damit. Aha. Super Effekt. Auf der rechten Seite startet es direkt als Mixer, sage ich mal. Man hat einen Dry- und einen Wet-Regler. Die werden einzeln in dem Mischpult hier zusammengemischt. Was ich ganz clever finde, das machen irgendwie nicht alle Entwickler richtig, sondern das startet hier direkt, wenn ich das Plugin lade, wird es nicht lauter und nicht leiser, sondern Dry und Wet sind beide mit minus 3 dB, gibt zusammen minus 6 dB und das ist genau das, was ja entstehen würde, wenn ich ein Signal doppelt ausgebe. Dann haben wir 6 dB mehr und die werden hier kompensiert. Ich kann jetzt also hier auch den Dry-Anteil zum Beispiel komplett wegnehmen und dann merkt man, dass vom Signal gar nicht mehr allzu viel übrig bleibt. Aber wenn man das jetzt hinzumischt, ist das vielleicht schon eine andere Thematik. Da hat man auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, insbesondere der Downsampling-Regler finde ich das ziemlich sexy für Sounddesign und sowas. Vielleicht nicht in einem seichten Pop-Kontext auf der Akustik-Gitarre, aber gerade so im elektronischen Bereich oder in urbaner Musik oder so oder eben auch irgendwie mal auf einem Drum-Loop oder so, der in einer Pop-Nummer läuft, ist das eine ganz coole Sache. Ein Filter mit einer echt starken Resonanz ist da auch schon integriert. Das ist natürlich alles, wie immer bei VSD-Plugins eigentlich, automatisierbar. Das heißt, man kann das schön an den Song-Verlauf anpassen. Ja. Und zusätzlich haben sie aber hier auch eine ganze Reihe an Modulationsmöglichkeiten spendiert. Das ist im Grunde ein LFO, nichts Besonderes. Den kann ich synken an das Tempo des Songs. Da haben wir jetzt nichts eingestellt, das ergibt wenig Sinn. Und ein freies Tempo für den LFO kann ich bestimmen, eine Wellenform natürlich. Und dann mit einzelnen Reglern kann ich bestimmen, zu welchen Parametern diese Modulation jetzt greifen soll. Also machen wir das ruhig mal hier aufs Downsampling drauf und dann eiert das so ein bisschen rum. Okay. Super. Witziges Sounddesign. Auf jeden Fall. Und wie Christoph David schon ganz richtig geschrieben hat, Crush ist aber schon ein recht aggressives Plugin. Ja, auf jeden Fall. Also freundlich ist der Kollege nicht. Aber es ist ein Sounddesign-Tool, also nicht unbedingt, um irgendwie eine seichte, leichte Färbung über alles drüber zu schmeißen. Da gibt es andere Vertreter für. Aber man will ja auch nicht immer vorsichtig arbeiten. So sieht es aus. Gerade im Sounddesign-Bereich, da geht es auch mal richtig zur Sache. Absolut. Super. Willst du mit einem weiteren Klangerzeuger fortfahren? Das kann ich machen. Es ist nur indirekt ein Klangerzeuger. Es wäre ein virtueller Amp. Ich schmeiße das mal weg. Ja, klar. War ja nur beispielhaft. Und zwar, jetzt muss ich mal gucken, wo das hier ist in der Session. Da hinten. So. Ich habe mal vor geraumer Zeit einen Gitarristen was einspielen lassen und mir das DI-Signal abgegriffen. Also sprich, das reine Tonabnehmer-Signal, was aus der Gitarre an Pegel rauskommt. Mit der DI-Box damals, Reamping-Box und so weiter, was man halt so nutzt. Das klingt so. Clean geht es ja eigentlich noch ganz gut, aber wenn es dann mal in so einen typischen Overdrive übergeht, dann macht es natürlich wenig Sinn. Klingt ein bisschen charakterlos. Genau, klingt einfach irgendwie falsch, würde ich sagen. Und von der Firma BlueCat Audio, die kennst du bestimmt auch. Ja, der Name ist mir ein Begriff. Mit Freeware sind die auf jeden Fall schon länger am Start. BlueCat Free Amp, als VST hier in dem Fall. Die bieten ein Free Amp an, mit verschiedenen Amp-Emulationen sozusagen. Cool. Und das wäre jetzt hier einfach mal die Clean-Variante. Kann man hier auch ein bisschen Gain geben, ein bisschen rausnehmen. Leicht anzerrend. Ein bisschen Schmutz dazu quasi. Festband-IQ natürlich besser mit den Höhen, wie man es eigentlich so kennt. Hier, mal mitten rein. Drive auf zwei, jetzt hört es schon ganz schön. Ja, genau, da kann was. Ja, da geht was. Also, gerade so im Vergleich, jetzt mal nochmal zum direkten DI-Signal. Klingt fast schon ein bisschen so Piezo-like. Manche E-Gitarren haben so einen Piezo-Ton abnehmen da drin, die dann nochmal ein spezielles Signal rausgeben. Aber da sind mehrere Verstärker drin, hast du gemeint? Ja, ganz genau, richtig. Also, ich kann jetzt hier auch durchschalten. Hier, Modern Drive zum Beispiel. Das macht jetzt halt bei diesem Lick weniger Sinn. Ja, das passt jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Ich mache hier gleich mal einen anderen. Lassen wir da mal den Clean-Sound drin. Und gehen wir mal hier zu diesem Overdrive-Lick, was auch immer da passiert. Das ist jetzt so ein typisches Rock-Riff eigentlich. So, da habe ich ihn auch nochmal reingeladen. Hier ist noch das Default-Setup drin. Und jetzt gucken wir einfach mal, was hier so passiert. Crunch-Sound, oder dann hier mal so in Richtung Distortion. Ja, der EQ greift schon relativ krass hier. Aber ist ja typisch Gitarren-Amp eigentlich. Festband-EQ, Bass, Mitten, Höhen. Gut, zum Teil mehrkanalig. Das ist jetzt hier halt jeweils ein Kanal. Aber im Prinzip kann man den auch natürlich mehrfach hintereinander laden, wenn man das unbedingt will. Oder arbeitet mit mehreren Spuren. Man doppelt die Gitarre ja auch oft. Ja, klar. Ein bisschen Fülle dann auch zu kriegen. Das ist halt auch richtig knallt und so weiter. Das übrigens so als Tipp bei solchen Gitarren-Dopplungen, einfach den Sound ein bisschen anzupassen. Und da kann man ja hier ganz entspannt die Spur kopieren. Definitiv. Auf die andere Seite legen in der Regel. Und dann an zwei, drei Reglern am EQ ein bisschen schrauben, damit es sich etwas unterscheidet. Ganz genau. Und so ein Amp-Plugin, das muss ja jetzt nicht nur irgendwie für Gitarre sein. Zum Beispiel, wenn man irgendwie so einen Radio-Effekt für die Vocals haben will, dass man das durch einen Amp durchjagt und dann einen krassen Cut macht mit dem EQ. Billie Eilish macht das ja auch zum Teil in ihren Produktionen. Bei No Time To Die zum Beispiel, da hört man das an einer Stelle relativ gut, dass sie da das Delay so ein bisschen mit so einem Radio-Effekt fasst. Mit Stätigung noch dazu. Ja, ich mache das auch gerne mit Reamping tatsächlich. Reamping, genau. Einfach nochmal was in den Amp rausschicken. Und das ist natürlich jetzt die einfachere und mobilere Variante. Genau, so sieht es aus. Und kostenfrei. Ja, noch dazu. Was gibt es denn da noch? Gibt es da noch mehr Verstärker da drin? Ja, da gibt es noch ein Lied. Soll ich mal einfach einen Lied-Sound hier mal an den Start bringen? Ja klar, warum nicht? So. Kostet ja nichts. Genau. Also nochmal das DI-Signal. Oh, fein. Oh, super, ne? Machen wir mal hier. Gucken wir mal hier. Was haben wir denn? Der boostet Lied. Achtung. Ui. Der kann sich durchsetzen. Ich habe mir ja mal ein bisschen die Höhen rausgenommen, dass es nicht ganz so krass ist. Aber in Sicht. Jazz. Da wird sich der Tim Müller freuen. Hahaha. 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 Ja, wenn man es halt aggressiver haben will. Klar. Das ist halt so ein bisschen die eigene Soundvorstellung. Cool. Darf ich da mal gucken, was da noch unter drin ist? Hier. Also drei Verstärkermodelle gibt es wohl am Start. Genau. Classic Clean. Modern Drive, der sieht noch ein bisschen anders aus. Der Classic Drive, der Modern Drive. Das sieht mir hier ordentlich nach einem Marshall aus. Marshall, ne? Das ist dann eher so ein bisschen Vintage-Sound mäßig. Ja, cool. Also da hat man ja eigentlich so die drei wichtigsten, ich sag mal, Rock-Gitarren-Sachen hat man da am Start. Gut, Effekte sind jetzt keine drin. Equalizer ist ja jetzt nicht wirklich ein Effekt, sondern ein Filter. Aber jetzt im Sinne von irgendwie noch ein Kompressor, ein Noise-Gate oder ein Federhall. Kann man ja kombinieren. Aber man ist ja in der DAW, von dem her, man hat ja eine Möglichkeit. Da sind noch Insert-Slots frei, würde ich behaupten. Ich habe übrigens auch einen Verstärker mitgebracht, einen Gitarren-Verstärker. Lass mal reinhören. Einer, der da nicht dabei ist. Okay, cool. Der ist von, genau, TT15 heißt der. Okay. Der Kenner erkennt auch, wofür TT steht. Tiny Terror. Tiny Terror, nehm ich an. Ja, großartig, ja. Und das ist ja jetzt dann nochmal ein anderer Sound, sehr beliebt. Und dann, ja, gerade so bei tiefgestimmten Stoner-Geschichten oder Doom oder sowas. Oh, alles klar. Da hört man das ja häufig. Hätte ich ja fast einen Drop-C-Riff gebraucht. Ja, ich mache da Auto-Tune drauf, tune das runter. Nein, das machen wir natürlich nicht. Genau, hier ist also auch nochmal eine kostenlose Amp-Emulation aus einem anderen Hause. Black Rooster Audio heißen die. Kennt man ja, cool. Wer genau hinguckt, sieht den Haarenkopf da. Genau. Ja, das Gerät ist, glaube ich, ziemlich selbsterklärend. Es gibt einen An- und Ausschalter. Man kann den Output auf High und Low, also auf mehr oder auf weniger Pegelstellen. Die sind ein bisschen komisch. Nicht ein Klick, sondern man muss sie bewegen, die Schalter. Das ist wie im echten Leben so ein bisschen. Was ich ganz cool finde, ist, dass man bei dieser Amp-Emulation die Kabinett-Emulation ausschalten kann. Okay. Es gibt ja auch von verschiedensten Herstellern gibt es reine Cabinet-Emulationen, also die wirklich nur den Lautsprecher und die Mikrofone und so weiter emulieren sollen. Und das kann man dann getrennt voneinander machen. So wie man das so in der Studioproduktion auch im echten Leben machen würde. Man sucht einen Amp aus, der passt. Und jetzt gucken wir mal, welches Cabinet und welches Mikrofon passt dazu. Und dann kann man das ein bisschen kombinieren. Das finde ich ganz nett, dass sie daran gedacht haben. Man kann auch zum Beispiel dann, was ich auch manchmal tatsächlich auch tue, ist einfach mit einem Equalizer dann mir ein Cabinet hinzuschrauben. So ungefähr. Dass es so in etwa klingt? Genau. Einfach heftige High- und Low-Cuts. Und so ein bisschen kann man sich das selbst basteln, wie man die Vorstellung hat. Okay. Oder zum Beispiel, es gibt auch ERs in dem Sektor. Kann man ja auch selbst irgendwie sich was abfalten, wenn man was hat. Das ist also ganz cool. Ich lasse das Cabinet aber mal an, weil High-Gang-Gitarren-Sounds ohne Cabinet sind nicht so schön zu hören. Und dann zeige ich mal ganz kurz, was der hier kann. Nice. Und schon haben wir Keith Richards und uns vom Workshop mit am Start, würde ich sagen, oder? Am Start. Da fehlt ja nicht mehr so viel. Ja, krass. Also mir persönlich ist es in der Regel lieber als ein Marshall, aber ist ja alles Geschmackssache. Und natürlich kommt es hochgradig auf den musikalischen Kontext an. Definitiv. Jedenfalls ein Tipp von mir für alle Gitarristen oder die, die welche werden wollen, ganz nice und Tiny Terror im Insert-Slot laden zu können. Richtig. Wieder mal für Ume. So sieht es aus. Jo. Alles klar. Sollen wir vielleicht mal an ein paar Audio-Beispiele gehen, was wir sonst noch irgendwie so haben? Klar. Irgendwie mal vielleicht so gut Mastering können wir vielleicht später noch machen. Wir können jetzt vielleicht auch zum Tuning übergehen. Ich sehe, wir haben ja einen Vocal-Schnipsel da vorbereitet. Und ich habe ja schon gespoilert oder besser gesagt versprochen, dass ich drei, drei sind es glaube ich an der Zahl, Plugins mitgebracht habe, die in die Autotune-Kerbe schlagen. Ja. Da geht jedem Metaller das Herz auf. Nein, das ist natürlich eher was für die modernen Pop-Rap-Urban-Geschichten und sowas. Es gibt ganze Genres, die nicht ohne auskommen. Und ich bin über die Jahre auch ein großer Fan von einem leichten Autotune-Touch in der Populärmusik geworden. Es gibt kaum was im Radio, wo das nicht irgendwie ein kleines bisschen mit drauf ist. Also nicht nur das, was Autotune schreit, hat Autotune, sondern ganz oft wird es so ein bisschen zugemischt, um eben ein bisschen diese artifizielle Farbe und so ein leichtes Blubbern zu erzeugen und so. Also ich werde es jetzt natürlich da irgendwie, fangen wir doch einfach mal an mit dem Tipp, der vorher schon im Chat gesagt wurde von, ich finde es auf die Schnelle nicht. Jedenfalls ist der Tipp schon gefallen. Ah, von Black Wings war es, genau. Der Grail? Grailion oder Grailion. Grailion, ich bin mir nicht sicher, wie das ausgeschwommen wird. Grailion 2 sage ich eigentlich immer. Ja, das ist ein Autotune-Effekt. Was gibt es dafür zu sagen? Umfangreiche GUI. Er sieht ähnlich aus wie der Couture, auch aus dem selben Hause. Auch erstmal vielleicht auf den ersten Blick fast ein bisschen Overkill. Der kann recht viel. Auch hier ist allerdings wieder nur in der Free-Version nur die Kernfunktion vorhanden. Wer alles nutzen will, was er jetzt gerade da hier sieht, der macht einen Upgrade. Ich glaube, es sind 30, 40 Euro oder so. Die sind nicht besonders teuer, aber heute geht es um Freeware. Und ich benutze tatsächlich auch die Freeware, ehrlich gesagt, weil ich diese anderen Funktionen schlichtweg nicht brauche. Okay. Also, cool. Genau. Es geht um Autotune. Als Presets sind auch alle gänglichen Skalen so. Skalen, das sind dann Skalen. Am Start, wenn ich jetzt weiß, mein Song ist in D-Dur, dann wähle ich hier einfach nur D-Major aus und dann geht es ab. Was er dann tatsächlich einfach nur verändert, ist hier unten die Tonauswahl zu treffen. Ich gehe jetzt nochmal in den Default. Und ich kann natürlich hier die alle selbst auswählen. Also, was rot ist, wird nicht gespielt. Und was grün ist, gehört mit rein in die Skala. Ja, eigentlich relativ idiotensicher, wenn man sich ein bisschen auf einer Klaviatur auskennt. Ja, das hier oben ist gelockt. Das hier links ist gelockt. Links ist ein Bitcrusher. Ich mag Bitcrusher. Aber ist für mich kein Autotune-Effekt. Nee, Zusatz dann quasi. Ist ein Zusatz. Hier oben gibt es noch so ein Pitch-Tracking-Modulation. Das kann relativ komplexe Effekte machen. Wie gesagt, nur in der Vollversion vorhanden. Aber gehört jetzt auch nicht zu dem eigentlichen Autotune-Job. Etwas, was dieses Plugin von den allermeisten Autotunen und Co. unterscheidet, ist dieser magische Inertia-Regler. Ich glaube, ich muss einfach mal was abspielen, da durchschicken. Ich mache mal auf superschnell und auf volle Pulle sozusagen. Und vielleicht erst mal ganz kurz die Stimme ohne klingt so. Wie ich finde, eigentlich ganz gut geeignet, um so ein Autotune-Blubbernd zu zeigen. Ja, da hört man schon ganz gut gerade am Ende bei dem Vibrator. Vibrator kommt da wirklich dieses typische... Da greift er dann auch richtig, ne? Genau, da kommt dieses typische Blubbern rein. Ich habe den jetzt auch superschnell. Das ist dann eher so dieser Trap-artige Share-Effekt, den man da so manchmal möchte. Das geht natürlich auch langsamer, ist klar. Everywhere here and there... Auch da hat man wieder die Farbe drin. Das Ganze ist mit einem Amount, was im Grunde so eine Art Mix-Regler ist, ist das ausgestattet. Und da kann ich dann sagen, ich möchte vielleicht auch nur ein bisschen was von dieser Farbe. So zum Beispiel, weil ich eben keine Trap-Nummer habe oder keinen Share-Effekt gleich möchte, sondern ich möchte nur ein bisschen modern klingen. Ich kann es mal ein bisschen dazugeben. Da wird man jetzt wahrscheinlich, wenn man keinen AB-Vergleich hat, jetzt nicht im ersten Moment sagen, oh, das ist eindeutig Vocals, Tuning drauf. Der Profi weiß, okay, irgendwas Artifizielles hat. Das gibt diese Kante, die heutzutage ziemlich beliebt ist. Der Inertia-Regler, wie schon gesagt, der macht Magie. Wie er exakt im Hintergrund arbeitet, kann ich euch nicht erklären. Da müsst ihr bei All-Burn klingeln. Aber soweit ich das verstehe, gibt er innerhalb des angegebenen Tonvorrats, sprich innerhalb der Skala, macht er mehr oder weniger zufällige Abweichungen von der Melodielinie, die man schon hat. Ah, okay. Spannend. Superspannend. Und insbesondere bei Backing-Vocals zum Beispiel, wo man wirklich richtig mit Auto-Tune-Effekt arbeitet und so, aber sagt so, ja, die sind vielleicht schon durchkopiert durch die Refrains. Und ich möchte aber so ein kleines bisschen so Zufall mit rein haben. Ja. Aber ein Zufall, der halt auch immer musikalisch klingt. Ja. Ich dreh den jetzt einfach mal auf und dann gucken wir mal, ob sich die Melodie ein bisschen verändert. Hier und da, everywhere. Okay. Hier und da. Man sieht dann auch diese, finde ich eigentlich eine ganz schöne Darstellung hier. Man sieht, dass so ein Punkt immer für die Tonerkennung und fürs Pitching da ist. Und der legt dann so einen großen Bereich an, in dem er dann praktisch arbeitet. Jetzt war Inertia natürlich völlig aufgedreht, um einfach mal ein bisschen übertrieben zu zeigen, wo das hingeht. Ich mache das jetzt mal ein bisschen sanfter hier beides. Ein richtig cooles Plugin, wie ich finde. Und ehrlich gesagt, also es ist natürlich alles Geschmackssache und abhängig vom Workflow, aber ich benutze das öfter als das originale Autotune von Antares, weil ich hiermit einfach sehr, sehr schnell zu diesen klassischen Effekten komme. Cool. Wie schon versprochen, gibt es mehrere hier zur Auswahl. Einen habe ich glaube ich auch schon, genau, von Flow23, der hat geschrieben im Chat, für Lied und Vocals ist der M-Auto-Pitcher sehr nice. Der ist von Melda. Jeder, der mal Free-VST-Plugin gegoogelt hat, ist glaube ich früher oder später über Melda gestäubert. Melda Productions heißen sie, glaube ich. Ich glaube, Melda Productions, gut möglich. Das ist auch von mir erstmal eine große Empfehlung. Ja genau, hier steht es auch, Melda Productions Audio Technologies. Die machen coole Plugins, wie ich finde, die GUI manchmal ein bisschen unübersichtlich, aber ist ja alles auch ein bisschen Geschmackssache und subjektiv. Klanglich ist das Melda-Zeug top, da gibt es nichts zu meckern. Ich habe jetzt hier die Free-Variante und man lädt die in dem ganzen Bundle runter. Das ist die M-Free-Effects-Bundle, die haben auch Kaufeffekte, habe ich mich jetzt nicht viel mit beschäftigt. Das heißt, bei der Installation kann man das dann direkt auswählen, mach mir bitte nur die Free-Ware. Du lädst, glaube ich, direkt einfach nur dieses Free-Bundle runter und da ist ein Haufen Zeug drin, also lass mich lügen, das sind irgendwie 30, 40 Plugins oder so. Also da ist wirklich alles Brot und Butter dabei, Multiband, Kompressoren, Stereo-Expander, eben so ein Auto-Pitch, Auto-Tune-Effekt, ein Vibrator, ein EQ, also irgendwie so alles. Okay. Ja, alles, was man so mal gebrauchen könnte und auch ein paar ausgefallenere Werkzeuge. Das hier ist jetzt also der Melda-Try-On-Auto-Tune sozusagen, also der M-Auto-Pitch, der Auto-Tuner von Melda. Ja, funktioniert eigentlich immer nach dem selben Prinzip. Ja, hier ist jetzt rot, was gespielt wird und weiß, was nicht gespielt wird. Aber Gott, man wählt halt die Töne aus oder man wählt direkt eine Skala und dann wird da hingepitcht. Das ist eigentlich kein großes Geheimnis. Man kann es stärker oder weniger stark machen, kann es insgesamt detunen. Das sind alles so die Standard-Effekte. Ein sehr, sehr wichtiger Regler für Auto-Tune ist eigentlich immer der Speed-Regler, also die Bearbeitungsgeschwindigkeit. Wenn man ganz schnell arbeitet, kommt so dieser T-Pain-Share-Effekt heraus und wenn man ganz langsam arbeitet, das ist dann eher so was für die seichten Tonhöhenkorrekturen, die man nicht sofort bemerken muss. Ich spiele auch den einfach mal ab. Im Grunde hat er dieselbe Voraussetzung, wie eben der Gralian von Auburn hatte. Auch der macht dieses typische Blubbern, nenne ich das immer, was eben den Audio-Tune-Effekt ausmacht. Ich gebe es nochmal richtig Vollgas, Speed auf 0% und drehe dann hoch. Eigentlich gibt es dazu, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Auch absolute Empfehlung, denn für 0 Euro ist sowas immer ein No-Brainer. Die nehmen auch nicht, also gerade dieses Melderzeug nimmt nicht allzu viel Platz auf der Festplatte weg. Und wenn man nur eine geringe Möglichkeit hat, hier und da dann doch mal Auto-Pitcher gebrauchen zu können, warum nicht? Kostet ja nichts. Der einzige Nachteil, in Anführungsstrichen, oder die einzige Einschränkung, die es da bei Melder wirklich spürbar gibt, ist, dass hier unten bei all diesen M3-Effekts so ein kleines Werbebanner am Start ist. Und wenn ich da draufklicke, komme ich auf die Website und soll das kaufen. Im Grunde ist also hier ein bisschen Werbung geschaltet. Es gibt bei manchen dieser M3-Effekts dann noch so, sind noch Sachen eingeschränkt, wie zum Beispiel kann man kein Upsampling betreiben oder sowas. Das sind aber eher so die spezialisierten Geschichten. Im Grunde sind das voll funktionsfähige Vollversionen mit Werbebanner und umdrehen. Übrigens, falls du schon irgendwie ein oder zwei coole Autotuner da hast, man kann ehrlich gesagt nie genug davon haben, wenn man hin und wieder mit sowas arbeitet. Der Grund ist aus meiner Erfahrung der, wenn einer versagt, dann greift der andere. Und man kann, jede Stimme ist anders, jeder Stil ist anders, man weiß nie genau, was gut funktioniert. Oder ein bisschen eine Auswahl. Genau. Die klingen auch alle ein bisschen unterschiedlich und mal greift der eine, mal der andere. So ein bisschen Magie, was da passiert. Deswegen weiß man das erst, wenn man es ausprobiert hat. Ja, Flo23 schreibt auch hier Formant Shift für EDM. Ich kann es auch ganz kurz zeigen, was Formanten Shift ist. Da werden eben diese, kann man ganz witzige Mickey Mouse Effekte und sowas zaubern. Klar, da gibt es Chipmunks vielleicht, genau. Also im Grunde geht es darum, der Ton soll eigentlich der gleiche sein bis zum gewissen Grad, aber die Formanten, also die charakteristischen Obertöne der Stimme werden dann eben umstrukturiert, um im Grunde den oder die Sängerin größer oder kleiner zu machen. Ja. Ich zeige noch einen dritten im Bunde, wenn wir schon so schön beim Auto-Tuning sind. Das ist der G-Snap von GVST. Der sieht noch ein bisschen rudimentärer aus. Ist auch tendenziell vom Klangbild so ein bisschen rudimentärer. Ich benutze den ganz gern, um Instrumente zu tunen. Also einen nicht ganz optimal intonierten Bass zum Beispiel. Ein Basslauf, das ist auch was, was man in der Populärmusik recht häufig machen muss. Wenn die nicht so ganz bunt rein sind, zum Beispiel, wenn es ein echter Bass war. Genau, oder wenn der Bassist ein bisschen unabsichtlich gebändet hat oder so. Aber die Performance war eigentlich gut und man hat es jetzt nicht gemerkt beim Recording. Genau, genau. Dann ist es manchmal ganz gut, da nachzuhelfen, damit das Gesamtkonstrukt einfach ein bisschen reiner klingt. Ich gebe auch dem einfach mal dasselbe Material drauf und dann hören wir uns das mal an. Da merkt man jetzt gleich, also der ist jetzt nicht von der Standardeinstellung erstmal nicht ganz so krass. Aber auch hier habe ich wieder, ich habe mal den Amount auf 100 aufgedreht und geht es wieder an den Speedregler, der, wie gesagt, eigentlich immer der wichtigste Regler an Autotune ist. Hier and there, everywhere. That's it. Also das ist eher so ein etwas sachterer Vertreter. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Intonation von der Aufnahme jetzt schon sehr rein war. Das ist glaube ich auch schon vorgetunt mit Melodyne oder Ähnlichem oder Vari-Audio oder so. Zumindest meine ich das herauszuhören. Macht ja nichts, weil hier ging es ja eigentlich darum, den Effekt zu zeigen und in der Praxis macht man eh mehrere Tunings hintereinander. Ja, hätten wir das abgefrühstückt, falls ihr irgendwie noch tolle kostenlose Autotune-Effekt-Tipps habt, schmeißt die gerne in die Kommentare oder in den Chat. Da bin ich auch daran interessiert, weil, wie gesagt, man kann davon nie genug haben, wenn ihr mich fragt. Macht doch einfach Spaß, damit zu experimentieren. Absolut. Hast du noch Klangerzeuger, die du zeigen möchtest? Ja, ich habe noch ein bisschen was. Cool, dann leg doch los. Sollen wir mal, wir machen es vielleicht ein bisschen so, dass ich spiele und du Operator machst. Ich erzähle dann auch ein bisschen was. Okay. Du kannst auch einfach deine Meinung dazu sagen. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus mit denen, die jetzt kommen. Von Spitfire Audio. Ah, ja. Das ist ja eigentlich ein sehr renommierter, orchestraler Library-Sampler-Hersteller, wie auch immer man das genau bezeichnen möchte. Und der Albion ist ja beispielsweise sehr bekannt und auch sehr beliebt. Wir hatten ja auch schon mal einen Workshop zu diesem Thema. Herr Torsten hat es, glaube ich, gemacht. Stimmt, ja. Albion und Co. Da ging es halt darum, auch wirklich um Filmmusik und wie man das in der DAW dann quasi umsetzen kann. Und Spitfire Audio hat Freeware, freie Klangerzeuger, die nennen sich Labs. Ah, die habe ich auch zu Hause, ja. Cool. Dann bist du ja irgendwie ein Thema, würde ich sagen. Und da würde ich sagen, da spielen wir einfach mal ein paar an. Mal unsere Meinung vielleicht dazu. Du ans Keyboard, ich an die Maus. Genau. Das ist doch irgendwie echt ein cooler Workflow hier. Double Team und so weiter. Ich hatte hier, glaube ich, einfach mal das Piano eingestellt. Ich erkläre mal noch kurz was dazu, was diese Regler machen. Also ich persönlich bin ja ein Freund davon. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich eher so ein bisschen aus der analogen Welt auch komme und typischer Anwender bin. Ich mag das, wenn der GUI sehr aufgeräumt ist. Wenn es nicht viele Regler gibt, dass ich auch nicht viel dran drehen kann und trotzdem irgendwie zum Ziel komme. Und das ist da eigentlich ganz cool gemacht. Man hat hier eben den Lautstärkeregler. Man hat hier einen Regler, der ist jetzt hier direkt mit meinem Modulationsrad am Keyboard verbunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er tatsächlich tut, aber ich habe den Eindruck, dass er so ein bisschen die Dynamic Range beeinflusst. Also wie hart oder wie sanft quasi deine Anschlagstärke ist. Also bei einem Piano wäre das dann einfach, wenn dieser Dynamic Range Regler quasi auf Null steht, dann ist es sehr natürlich. Das heißt, wenn ich Piano spiele, ist es auch wirklich Piano. Wenn ich Fortissimo spiele, dann ist es halt auch wirklich Giphim, Lautstärke und so weiter. Und wenn ich jetzt diesen Dynamic Range Regler halt ganz nach oben ziehe, 100 Prozent, dann wäre jeder Anschlag gleich laut. Verstehe. Das kann je nach Instrument ja auch gewollt sein. Manchmal macht man eben den Mittelweg. Genau, richtig. Und klar, bei so Sachen wie jetzt Strings oder Pads ist das so ein bisschen die Anschwellzeit. Also das Modulationsrad, wie eben so ein String-Effekt dann anschwellt, anspricht. Aber das kann man ja auch frei konfigurieren, wenn man das möchte, in den Controller-Daten und so weiter. Und wenn man dann hier draufklickt, also Spitfire Audio Labs, wie gesagt, hat man jetzt hier beim Piano einfach nur den Reverb-Regler und kann dann hier entsprechend, da müsste er glaube ich sein. Mehr oder weniger Hall. Mehr oder weniger. Genau, ich würde sagen, also das ist jetzt dieses Soft-Piano. Man kann hier in deren Browser, ich clear das jetzt einfach mal, sieht man hier eine ganze Palette, also wirklich Strings. Du hast jetzt einfach mal alle Labs untergeladen. Genau, ich habe einfach mal alle drauf gemacht. Das sind natürlich ein paar hundert, ne Gigabyte wahrscheinlich. Ja, da bist du bei mehreren Gigabyte. So 10 Gigabyte werden es wahrscheinlich am Ende dann halt doch sein. Da gibt es Ensemble-Strings, Einzel-Strings, aber natürlich auch ein bisschen so World-Effekte. Gitarren anscheinend auch, okay. Synthesizer, ich denke wir spielen jetzt einfach mal ein paar an. Fang ruhig mit dem Soft-Piano an, das ist nämlich ein Sound, den ich ganz gut leiden kann. Der ist so ein bisschen lo-fi und hat ein bisschen mehr Charakter als die meisten. Cool, ich bin gespannt, wie er uns tatsächlich auch gefällt. Ui, Halsschlacht des Todes. Ja, das ist mal was anderes als diese großen, kleinen Klaviere. Ich gehe mal hier weiter zu einem E-Piano. Genau, mach mal ein E-Piano rein. Schon drin. Was haben wir denn da? Es lebe das Yamaha DX7, würde ich sagen, oder? Hier sieht man jetzt auch, dass ich gleich drei verschiedene Optionen habe, was ich auf dieses große Rad drauflegen kann. Zum Beispiel der Reverb wieder, den hatten wir im Grunde schon. Parameter Tightness. Variation. Gut, das sind nochmal völlig unterschiedliche Klangbilder hier. Ja, dieser ominöse zweite Regler scheint auch nicht immer dasselbe zu machen. Scheint nicht immer dasselbe zu machen, je nach Instrument. Ja, genau, je nachdem. Hier gibt es nochmal ein bisschen Zerre da oben dazu. Cool. Also eigentlich schon allein das ist ein sehr versatiles Elektro-Piano. Aber echt, ja. Per DI gibt es auch noch eine Version hier. Die D.I., okay. Die dürfte jetzt ein bisschen cleaner sein. Ja. Cool. Ein bisschen Rhodes-mäßig, oder? Das geht Richtung Rhodes, ja. Ein Woli gibt es aber auch. Das ist ein Woli-Zer hier. Cool, nicht schlecht. Ein bisschen weniger Reverb vielleicht. Ja, aber es gibt natürlich nicht nur Pianos. Ich meine mich zu erinnern, dass da auch ein paar ganz coole, kostenlose Strings dabei waren. Auf jeden Fall. Haben wir vorhin den Browser auch schon gesehen. Wir können ja mal... Genau, ich mach das vielleicht hier, oder? Genau. Was sind denn die Strings? Gucken wir mal, da unten sind sie. Die Frozen Strings, das sind so ein bisschen so effekthafte. Okay. Das ist jetzt nicht so das Klassische. Ah, da kommt es auf die Range an, wenn ich spiele. Genau, du spielst wahrscheinlich noch. Das erinnert mich schon eher so an so eine Filmmusik-Admo oder sowas. Ich schau mal einfach weiter. Das ist ja fast schon Melotron-artig. Ja, tatsächlich. Klingt ein bisschen piepsig tatsächlich. Ja. Hat auch einen langen Sustain tatsächlich. Etwas, was ich auch entdeckt hatte und was auch nicht, also oft in einem Song eigentlich gar nicht so richtig unterzubringen ist, aber wenn, dann freut man sich, dass man sowas hat. Das Amplified Cello-Quartett. Okay. Da kann man sich jetzt erstmal wenig drunter vorstellen, aber es klingt nicht wie ein normales Cello-Quartett, das kann ich versprechen. Das ist ein Ton. Das ist ein Ton. Ich spiele eine Taste. Der Sound heißt Slide Up. Okay. Der heißt Evil. Das ist ja auch ein bisschen verstimmt, wenn man genau hinhört. Ja. Das arbeitet gegeneinander. Dann gibt es aber, achso, vielleicht das geht auch so in die Richtung, vielleicht so Scary Strings. Okay. Das ist auch so ein bisschen. Die könnten sich gut ergänzen, kann ich mir vorstellen. Aber auch wieder keine normalen Streicher, wie man sie erstmal erwarten würde. Mit Nebengeräuschen und alles. Es gibt aber auch ein bisschen klassischere Ensemble-Sounds, wie den hier. Genau. Gucken wir mal, das ist was ganz Klassisches. Okay. Schnelle Ansprache auf jeden Fall. Hier mit dem Modulationsrad quasi dieser Parameter. Müssen wir eigentlich sehen, den Parameter, wie er sich ändert. Ja, der bewegt sich damit. Ist halt fürs Programmieren auch ziemlich cool. So ein Swell reinbauen. Dass man da so ein Swell reinbauen kann, genau. Ja, echt ziemlich cool. Also klangmäßig kann es nicht ganz anknüpfen an die großen Brüder, aber man muss dazu sagen, also ob man jetzt ein paar hundert Euro in die Hand nimmt oder ob man einfach nur auf Download klickt, ist vielleicht auch kein fairer Vergleich. Ich würde behaupten, das ist aber nicht nur für Pre-Pros, sondern auch für Populärmusik auf jeden Fall ein willkommener Streicher-Ersatz. Also ich fand jetzt auch den Reverb eigentlich gar nicht so schlecht, der da mitkommt und auch die räumliche Aufteilung, dass man irgendwie die Bässe dann eher rechts hat und die höheren Lagen. Ja, das ist halt wie beim Orchester, die Violinen sitzen links. Und die Violinistin und Jola und so weiter dann eher auf der linken Seite. Ja, ich finde es tendenziell ein bisschen arg breit gewählt, aber das kann man ja eingrenzen. Oh, da fällt mir ein Tool ein, ein kostenloses Tool dafür. Ich wollte gerade sagen, da fällt mir doch ein Tool ein. Aus unserem Hause, tatsächlich, ich benutze es in jedem Mix, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein praktischer kleiner Helfer. Ich spiele es nochmal kurz, aber vielleicht mal, weißt du, was wir kurz machen? Ziehe mal einen Analyzer rein. Ja, das kann ich gerne. Und dann sieht man nämlich den Korrelator. Kannst du einfach mal den Master oder so. Genau, machen wir das so. Und dann sehen wir den Korrelator, um mal zu sehen, wie sich das, also der Analyzer ist jetzt kein Freeware-Plugin. Das ist das Einzige, was, glaube ich, lizenziert ist für heute auf dem Rechner. Dass man einfach mal zugucken kann. An Audio-Plugins, den Rest habe ich alles runtergeschmissen. Obwohl wir tatsächlich auch einen kostenlosen Goniometer hätten. Ja, stimmt eigentlich. Also der Korrelator-Teil, an dem wir jetzt interessiert sind, der ist sogar als Freeware bei uns verfügbar hier. Das ist mir jetzt ein bisschen arg breit. Wenn ich jetzt mit der Shift-Taste diese zwei Regler nehme, kann ich das Ganze ein bisschen im Stereo-Bild zusammenfassen. Das geht auch in die andere Richtung. Ich kann jetzt auch in die Überbreite fahren. Aber das wäre doch ein bisschen too much. Definitiv. Da muss man immer aufpassen. Also viele Standard-Pad-Sounds, bei Pad-Sounds merke ich das vor allem, dass die oft ein bisschen, die klingen wunderbaren Stereo mit Kopfhörer auf, überbreiter. Aber oft überbreit und dann schaltest du mal auf Mono oder hörst es hier mal auf dem iPhone an oder so. Und zack, fällt irgendwie der ganze Mix zusammen. Oder das Element ist gar nicht mehr hörbar. Lässt sich auch super schwer platzieren im Mix, finde ich. So überbreite Sachen, die nehmen halt immer gleich alles ein irgendwie. Es ist so eine Tendenz. Es hat natürlich mit Panorama, aber auch mit der Phasenlage zwischen rechts und links zu tun. Und da ist dann so ein Helferlein hier total passend. Ich kann im Grunde jeden, also den rechten und den linken Kanal kann ich auch umdrehen oder wie auch immer, unabhängig voneinander, im Panorama verteilen. Oder wie gesagt mit der Shift-Taste. Beide dann sozusagen mit gleichem Abstand. Genau. Da kann man dann auch in die Überbreite gehen, wenn man eben so ein bisschen... Wenn man wirklich ein enges Signal hat und es ein bisschen breiter machen will. Kann ja auch mal passieren, dass man das möchte. Also auch ein ziemlich praktisches kleines Helferlein ohne Scheiße. Ich habe das in jedem Mix eigentlich. For your Meter Fader und MS-Pen. Ladet euch einfach mal den HOFA Plugins Manager runter auf unserer Plugins-Seite hofa-plugins.de. Da gibt es eine Download-Rubrik. Da könnt ihr den kostenfrei runterladen für Mac und für Windows. Und ich glaube ab Windows 7 und ab OS X 10.8 sind wir am Start. Also aktuell, das ändert sich halt immer mal wieder, wie die Betriebssysteme fortschreiten. Und ja, also ihr könnt auch gerne die anderen Plugins auch mal installieren, kostenfrei testen. Aber ganz unten im Plugins Manager gibt es eine Rubrik Freeware. Das sind die for you. Da sind wirklich, also das ist wirklich Freeware. Da braucht man keine Lizenz dafür. Einfach installieren, dann tauchen die in eurer DAW auf. Pro Tools, also Airtas und AAX ist auch dabei. Hatten wir ja vorhin davon. Geht auch in Pro Tools 9. Genau, richtig. Wenn es euch nicht gefällt, einfach wieder deinstallieren. Ist ja auch in Ordnung. Aber so wie du es eigentlich sagst, also for your meter ist eigentlich fast in jedem Mix mittlerweile am Start. Das ist einfach super, super praktisch. Also es gibt sicherlich da, gibt es auch komplexere Geräte. Also jetzt zum Beispiel kann man es auch mit unserem Hofer System machen, wovon es ja auch eine Freeware-Version gibt. Die Basic-Version ist das. Die dürfte ja auch drauf sein. Genau. Also da geht dann sowas grundsätzlich auch. Nur ist es natürlich sehr, sehr bequem. Also so einfache Tools will ich auch oft einfach in einem Gerät haben. Ein zweites Ding, wofür ich das sehr häufig benutze, ist, ja auch das, aber tatsächlich ist hier der MS-Matrix mit drin. Und so kann ich halt schnell, also wenn ich den MS aufnehme, wird direkt Stereo draus oder andersrum, dann kann ich eine Stereo-Bearbeitung in MS durchführen oder so. Das ist schon ziemlich praktisch. Das ist noch eine Kurzerklärung, MS-Stereo, also Schlagzeug-Overheads zum Beispiel kann man ja, wenn man möchte, in verschiedenen Stereo-Verfahren aufnehmen, dass man sagt, okay, ich positioniere jetzt die zwei Mikrofone, die ich habe, irgendwie AB, also mit einem gewissen Abstand zueinander, oder XY gekreuzt oder ORTF mit einem leichten Winkel zueinander. Mitte-Seite-Aufnahme wäre dann halt mit zum Beispiel einer Niere oder einer Kugel sogar teilweise und einem Achter-Mikrofon, Mikrofon mit Achter-Karakteristik, dann hast du ein Mittensignal und ein reines Seitensignal. Und wenn du da halt links-rechts in der DRW draus machen willst, dann muss das dekodiert werden, also von MS. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, wie man das macht, aber unser Tool, wie man sowas macht übrigens, das lernt ihr am Hofer College, also da geht es ja auch um Tontechnik, das ist ja so ein bisschen unser Schwerpunkt, wenn es jetzt wirklich um Mixing-Techniken geht, Recording-Techniken, alles, was wir jetzt so von uns gegeben haben, das ist ja auch Teil unserer Kurse und so ist es halt wirklich ein Knopf in dem Fall, dass man aus MS auch wirklich mal eine Stereo-Dekodierung machen kann und das ist halt schon echt relativ cool. Ja, super praktisch und wie gesagt, kostet nichts, also immer ein praktisches Tool, da gibt es auch so verschiedene kleine Helferlein, wenn wir schon bei sowas sind. Ich hatte zum Beispiel den Goniometer, das Goniometer hatte ich schon gezeigt, das ist auch bei uns mit am Start. Auch was aus unserem Hause wäre der Blind-Test, den gibt es in zwei Versionen, aber die Free-Variante reicht für die meisten Anwendungen. Das ist ein, es gibt nicht viele dieser Blind-Tests, aber es ist ein sehr, sehr praktisches Tool. Ich kann das jetzt so ziehen über mein ganzes Feld und kann mehrere Spuren, also ich kann das Gerät einfach auf mehreren Spuren laden und kann live, die kommunizieren miteinander und ich kann live zwischen denen umschalten, na wo habe ich ihn hingeladen, hier, und ich kann das eigentlich auch gerade mal rüber kopieren, dann zeigt dir das. Ja, klar. So, genau, jetzt habe ich das einfach mal auf zwei Spuren, die ich dann miteinander vergleichen will, sage ich mal, eine komprimierte, eine unkomprimierte Version oder vielleicht zwei Mixes. Oder verschiedene Equalizer-Einstellungen oder Plugins, Shootout, Amplugins zum Beispiel. Genau. Ein DI-Signal füttert mehrere Spuren oder irgendwie so und dann kann man das ja mit verschiedenen Amplugins, um dann wirklich mal blind zu sehen, weil man kriegt ja nicht angezeigt, welche Spur was ist im Blind-Test. Genau, das ist der Trick daran. Und das Gehör entscheidet, weil man ist ja doch irgendwie, also mittlerweile die ganzen Plugins, ihr habt es ja jetzt auch gesehen, die haben ja alle eine grafische Benutzeroberfläche. Für das richtige Hör sollte man ja eigentlich die Augen zumachen und mal gucken, aha, okay, ab wann ist es denn oder sagt es mir denn zu oder ab wann ist es denn zu viel, gerade im Mastering zum Beispiel, wenn du mit dem Limiter arbeitest. Ab wann drückt es denn die Transienten so arg nach unten und so weiter. Man ist ja schnell geneigt, also es sind eigentlich zwei Aspekte so in der Praxis, man ist ja schnell geneigt dann irgendwie, wenn man zum Beispiel zwei Gitarrenverstärker-Plugins verwendet, das eine hat 300 Euro gekostet und sieht fancy aus, das andere hat überhaupt keine GUI und war für umme. Und man ist ja dann natürlich geneigt so, ja, das ist was, wo ich viel für gezahlt habe, das muss natürlich toller sein. Das ist aber in der Praxis ganz häufig nicht der Fall und für solche Fälle ist dann Blind Test super. Ein zweiter Aspekt wie beim Limiting ist auch einfach der Pegel. Das ist einfach der kleinste Pegelunterschied und uns schon gar nicht mehr ermöglicht, wirklich die feinen Unterschiede zu hören zwischen den Signalen. Und dafür kann man dann hier ganz einfach den Gain ein bisschen anpassen. Man drückt dann hier auf Würfeln, kann sich hier zum Beispiel Notizen machen, so, finde ich gut. Genau, Sterne vergeben. Kann Rating vergeben, genau. Und man weiß in dem Moment nicht, was ist die erste, was ist die zweite. Man kann in der Freeware-Version von Blind Test drei, genau, drei Spuren miteinander vergleichen und am Ende auflösen und hat dann hier sein Rating vergeben. Ich mache das zum Beispiel auch für Mikrofonvergleiche, für eine professionelle Produktion. Da macht man ein Mikrofonshootout und dann darf die ganze Band oder der Produzent und der Engineer, die sitzen dann dran und man hat dann fünf oder sechs Mikrofone und die werden dann alle geratet und am Ende, ah, toll, hat doch nicht das 6.000 Euro Röhrenmikrofon gewonnen, sondern das SM750, da kommen manchmal lustige Ergebnisse raus. Ja, genau, definitiv und so sieht es aus. Also absoluter Tipp, gerade auch, wenn es darum geht, das Gehör zu schulen und wirklich mal zu wissen, was man tatsächlich hört. Also da lernt man ganz viel dabei. Natürlich gibt es auch ein kleines Tool, auch noch, was ein bisschen in diese Kerbe schlägt, das wäre ein ganz simples Gerät von GVST, von denen hatten wir vorhin den G-Snap, das war diese Autotune-Geschichte, die etwas sanftere von denen. Ist auch ein ähnlich schmuckloses Design, aber macht einen guten Job. Das kann ich jetzt auf, ja doch, auf einer Stereo-Spur kann ich sogar zeigen. Jedenfalls ist ganz, ganz simpel. Ich wähle hier einfach nur eine Frequenz, ähnlich wie bei einem Low-Cut. Sagen wir mal 300 Hertz rum oder was auch immer. Und ab 300 Hertz möchte ich die Stereo-Breite auf 0% setzen. Okay. Damit habe ich alles, was unterhalb von 300 Hertz passiert, einfach nur Mono geschaltet. Das ist beispielsweise für Club-Produktion sehr relevant, wenn du irgendwie ein Mastering machst für irgendwie CD, für Streaming und dann für Club, für die Leute, die auflegen. Da musst du halt gucken, dass der Bassbereich bis, wie hoch geht man denn da, 300 Hertz wahrscheinlich schon? Ja, je nachdem, wie steil der Filter ist, kann man das also rummachen, so bei 200, 300 Hertz. Man kann natürlich auch höher gehen, bis 2 Kilohertz geht das hier und dann wird alles. Aber ich kann nicht nur einfach Mono schalten, da gibt es manchmal, ist das in andere Plugins irgendwie noch mit integriert, einfach nur so einen Mono-Knopf für einen bestimmten Bereich, sondern ich habe den einfachen Prozentregler. Auch das ist ein ganz, ganz simples Tool, was ich im Grunde mit jedem, auch mit jedem MS-Equalizer irgendwie hinbekommen würde oder so. Aber das ist halt einfach, frisst sehr wenig CPU, es ist super einfach zu bedienen. Super einfach zu bedienen auch. Zwei Knöpfe, kostet nichts, no-brainer. Eine weitere Anwendung, wo es unerlässlich ist, mit sowas zu arbeiten, wäre zum Beispiel, wenn man für Vinyl produzieren will. Definitiv, ja. Auf bald Schallplatten, Schnittmaschinen. Sonst springen die Naht und wenn es zu breit ist, unten. Ja, die können das gar nicht leiden, wenn da Überbreite im Bass unterwegs ist, exakt. Also auch ein nützlicher kleiner Helfer, simpel, aber effektiv und kostet wieder mal nichts. Wir hatten vorhin, jetzt mache ich nur noch kurz meine Helferlein durch. Ja, klar. Ich habe noch einen Meter, was ziemlich cool ist für das Mastering vor allem. Das ist ein Loudness-Meter und zwar eine kostenlose Version. Man kann das Ganze upgraden auf eine Pro-Version, ist auch nicht allzu teuer und wer öfter damit arbeitet, für den ist das auch interessant. Die Basisfunktionen sind aber hier auch alle drin, das Ding läuft niemals aus, also keine Demo oder so. Das ist schon eine echte Freeware. Ja, das ist ein Loudness-Meter. Vielleicht lade ich das am ehesten so Mastering-mäßig auf den Mix drauf, oder? So ein Stereo-Track irgendwie. Das hier ist auch mal ein Song, eine fertige Mischung. Und der macht eine LUFS-Messung, eine Lautheitsmessung. Und man kann das Ganze auch hier ein bisschen anpassen. Man hat echt viele Möglichkeiten, also auch wenn man jetzt Dolby Atmos-Produktionen macht oder was weiß ich, ist das hier am Start oder Surround. Und man kann verschiedene Standards anwählen, nach denen gemessen werden soll. Der Klassiker ist jetzt eigentlich die Evo R128. In der Pro-Variante ist dann auch noch ergänzt, dass er spezifisch für, zum Beispiel für Spotify oder für Netflix, den Zielpegel anzeigt. Das ist nicht unbedingt notwendig. Also es ist dieselbe Messmethode, die da genutzt wird. Aber so wird dann praktisch einfach nur gezeigt, das ist der Zielpegel und da wollen wir hin. Womit ich sagen will, man kann auch, wenn man weiß, wo der Zielpegel von Spotify zum Beispiel ist, der ist so bei minus 14 rum, dann weiß man auch, dann braucht man im Grunde dieses Upgrade dafür nicht. Die setzen ja glaube ich nochmal was drauf an sich, gell? Das heißt, die wollen minus 14 haben, das ist ja nicht so laut LUFS wahrscheinlich, schätze ich mal. Genau genommen macht Spotify keine LUFS-Messung, aber sowas ähnliches, ja. Oh, okay. Und dann haben die wahrscheinlich eine Art Limiter oder was auch immer, was sie nochmal draufsetzen, um es nochmal final zu erhöhen. Tatsächlich wird auf minus 14 abgespielt bei Spotify. Es gibt allerdings, das kennt ihr vielleicht aus eurer Spotify-App auf dem Endgerät, da gibt es in den Einstellungen die Möglichkeit, das auf laut zu stellen. Ich karte übrigens davon ab, aber da gibt es einen Laut-Modus. Okay. Und das ist dann hier das zweite, was man da sieht, Spotify laut. Wenn ich mich nicht irre, ist das circa 3 dB lauter. Das heißt, so bei minus 11 LUFS zum Beispiel, so dümpeln wir da rum. Das so nur als Idee. Der Fakt ist eben, dass heutzutage völlig zu Recht in eigentlich allen Streaming-Plattformen sogenannte Lautness-Normalisierung passiert. Und man muss beim Mastering eben wissen, wo gehen wir hin. Wo gehen wir dann hin, ja. Und dafür sind diese Standards gedacht, genau. Das ist eigentlich ganz clever, dass das da wirklich alles aufgelistet ist. Es war ja nicht nur Spotify, es waren ja eigentlich fast alle Portale. Genau. Ich kenne mich ja nicht so aus, ich bin zu alt dafür. Man müsste, wie gesagt, upgraden, um auf die Pro-Version, was auch nicht allzu teuer ist, um die direkt angezeigt zu haben. Aber da es dieselbe Messmethode ist, muss man im Grunde einfach nur wissen, Spotify liegt bei minus 14. Wenn ich jetzt für Spotify mastern will, bin ich also mit minus 14 oder etwas mehr gut bedient und damit kann ich mir das Upgrade sparen. Das ist nur eine Frage der Anzeige. Ich schicke da mal ganz kurz einen Mix durch. Mach das mal. Hey, da geht's ins Finale rein. Ich hab das mal kurz reinlaufen lassen hier, damit man ganz gut sehen kann, das zeigt eine History, also ein wirkliches Histogramm. Ich kann so ein bisschen zurückspulen sozusagen im Song, dann kann man gucken, ah, in der Passage waren wir ein bisschen lauter als in der anderen. Wenn ich also eine Norm erfüllen muss, kann ich so ein bisschen gucken, wo tanze ich aus der Reihe. Ich kann mir hier überall die drei üblichen LUFS-Werte anzeigen lassen, also eine Short-Term-Loudness, eine Momentary-Loudness und die, achso, das ist die True Peak. Es gibt noch die dritte, das ist die Integrated, genau, das ist der wichtigste Wert eigentlich. Das ist die Lautness gemittelt über den gesamten Zeitraum, den ich eben messe. Also, Julien für Umme, Lautness-Meter zum Mastering, sehr, sehr praktisch. Wer jetzt nicht sowieso irgendwie mit unserem IQ-Analyzer oder sowas arbeitet, der hat ja auch sowas eingebaut. Genau. Es hat keine Freeware, wie gesagt. Gut, College-Studenten, die bekommen ja aktuell aktionsbedingt alle HOFA-Plug-Ins für die Dauer ihres Kurses for free. Da wäre dann zum Beispiel auch der IQ-Analyzer dabei oder halt auch von dynamischen EQs über Kompressoren und was es alles gibt. Aber wenn man wirklich nur eine Lautness-Messung braucht... Aber ganz unabhängig davon, cooles Teil. Julien, super Sache. Das Upgrade ist auch relativ günstig, aber wie gesagt, eigentlich für die Brot-und-Butter-Funktion benötigt man das gar nicht. Kommt schon relativ gut zurecht, was das angeht. Ja. Richtig cool. Ich glaube, Equalizer... Equalizer haben wir noch gar nicht so richtig gezeigt. Da habe ich einige hier drauf stehen. Weil es zeitbasiert ist. Irgendwie Delay, Reverb könnte man vielleicht noch... Ja. Da hast du ja bestimmt auch was auf deinem tollen Zettel. Ja, ich habe sogar was ganz Tolles auf meinem Zettel drauf. Klasse. Von Valhalla. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, klar. Valhalla DSP. Valhalla DSP heißen sie, gell? Ein berühmt-berüchtigter kleiner Boutique-Hersteller von feinen Zeiteffekten. Die machen vor allem Hallgeräte. Die machen viel richtig. Das kann man echt so behalten. Die machen viel richtig. Auch deren Preispolitik ist recht sympathisch. Auch für Hallgeräte verwenden die recht wenig CPU-Power. Also im Grunde kriegt man jedes Plugin bei denen, glaube ich, für 50 Euro. Oder 50 Dollar sind es, glaube ich. Also überall dasselbe. Aber eine Ausnahme gibt es. Und zwar der Supermassive. Der ist nämlich sogar umsonst. Aber nicht vergebens. Eigentlich ist er auf den ganzen Mix zu schmeißen. So ein bisschen doof. Sollen wir wieder unsere Vocalspur nehmen? Oder vielleicht mal eine Einzelspur? Irgendwie, was haben wir denn da? Ein Piano habe ich gefunden. Piano, alles klar. Valhalla Supermassive, ja, Rainy Future, so heißt er. Ja. Und einen dynamischen EQ habe ich auch noch. Kommt noch. Der kommt gleich auch noch. Aber jetzt machen wir den jetzt mal fertig hier. Wir haben den Piano-Sound gefunden. Mal gucken, was die hier so... Ja, das kann er auf jeden Fall halb vertragen. Ich mache es der Einfahrtreiber jetzt den Valhalla Supermassive mal in den Insert. Und drehe den Mix ein bisschen runter. Wie man schon gehört hat, kann der Supermassive auch so wirklich so Delay-artige Fancy-Effekte so ein bisschen modulationsmäßig. Also das ist nicht einfach nur ein ganz normaler, langweiliger Hall. Vor allem ist natürlich der Warp-Regler und die Density dafür verantwortlich. Es ist ja grundsätzlich so, dass ein Hall im Grunde, so eine Hallfahne, ja eigentlich nur aus Abertausenden ganz kleinen Echos zusammengesetzt ist. Genau, richtig. Reflektion durch die Flächen, die das Signal durchläuft im Raum und so schaukelt sich jetzt, ist dann quasi hoch. Genau, die haben so unterschiedliche Zeitabstände und hierauf kann man da einzeln zugreifen. Und zwar mit dem Density-Regler. Davon werden einfach mehr oder weniger dieser Echos reingesetzt und es wird immer hallartiger, sag ich mal. Und mit dem Delay-Regler kann ich eben so diese Verzögerungszeit, diese Reflexionen untereinander einstellen. Ich spiele mal ein bisschen bei rum, ihr habt ja Ohren. Sehr verträumte Geschichten. Typisch für Valhalla sind da verschiedene, das sind tatsächlich unterschiedliche Algorithmen, auf denen das Ganze basiert. Ich lese gerade ein ganz anderes Thema im Chat vom Thorsten Häufler, der Tipp, ob der X-Fair OTT schon thematisiert war. Wurde er noch nicht, ich habe ihn glaube ich auch nicht auf meiner Liste draufstehen, aber wer auf aggressive Multibandkompression und Sounddesign steht, sollte mal den OTT auschecken von X-Fair. Ja, guter Tipp, danke Thorsten. Echt auch ein geiles Plugin. Ich schalte mal vielleicht tatsächlich hier einfach durch die verschiedenen Presets durch, weil der Supermassive ist super flexibel und kann viele unterschiedliche Sounds. Und bevor ich jetzt hier jeden Regler da durchgehe. Punktiert Aber auch etwas klassischere Hallgeschichten Ui, der ist schön. Bisschen lang, aber schön. Aber hallo, ja. Gut kann man ja auch zum Teil noch einstellen. Ja klar, auf jeden Fall. Also absoluter Tipp von mir, klassische Valhalla-Qualität, also die Hallräume von denen, da sind sich glaube ich so ziemlich alle einig, die klingen gut. Und ja, der hier kostet nix und ist sehr flexibel. Also wahrscheinlich mal wert, das auszuchecken, falls man nicht mit Hallgeräten sowieso schon überladen ist. Ja, dynamische EQs finde ich ein sehr gutes Stichwort. Oh ja, auf jeden Fall. Es gibt, ich kenne eigentlich nur einen Freeware-dynamischen EQ und ich kann selbst ehrlich gesagt gar nicht mehr richtig mischen ohne Dynamic EQing. Es geht, wenn es sein muss, aber wenn ich es habe, bin ich auf jeden Fall glücklicher. Ja, viel flexibler vor allem auch. Genau. Ich nehme normalerweise den IQ EQ von Hofer, das ist halt keine Freeware, daher unpassend für diesen Workshop. Aber es gibt auch eine nicht ganz so mächtige, aber klanglich durchaus auch ordentliche Lösung, ist von, ich habe es aufgeschrieben, TDR, Nova heißt das, genau. Tokyo Dawn heißen sie. Tokyo Dawn, ja. Die sind sicherlich auch den Insidern schon bekannt. Wir haben mal eine Akustik. Auf jeden Fall. Eine echte in dem Fall. Künstliche hatten wir ja schon. Cool, das glaube ich, kann man sehr gut zeigen daran, weil dieser Grundton so ein bisschen boomy ist vielleicht. Schauen wir doch mal, was der da kann. Nova heißt das Teil. So sieht der aus. Was hat man im Standard? Vier Bänder. Vier Bänder, genau. Es sind vier einzelne Bänder, außerdem, die ich einzeln ein- und ausschalten kann. Jedes davon ist ein ganz normales EQ-Band, also Standard EQing kann man damit machen. Und zusätzlich kann ich allerdings auf den Threshold hier klicken und damit wird die Dynamik-Funktion aktiviert. Das leuchtet dann hier auch ein bisschen und im Grunde wird dann dieses Equalizer-Band zum Kompressor oder sogar zum Expander, je nachdem, wie ich es einsetzen möchte. Zusätzlich zu diesen vier Bändern gibt es noch den sogenannten Wideband. Das ist im Grunde einfach nur ein Kompressor, der über das gesamte Frequenzspektrum arbeitet. Und ich habe zwei Filter zur Verfügung. Hochpass und ein Tiefpass-Filter. Das ganze Plugin kann insgesamt noch mit einem Dry-Wed-Regler zugemischt verwendet werden, wenn man das möchte. Gucken wir mal, was das Klang nicht drauf hat. Schauen wir mal, was wir machen können. Wäre vielleicht cool, wenn wir das ein bisschen kontrollieren könnten hier. Vielleicht sogar ein bisschen schneller das. Ich würde es in der Praxis ein kleines bisschen weniger stark einsetzen, aber im Grunde geht es schon so in die Richtung. Ich benutze dynamische Equalizer vor allem gerne bei Vocals oder eben bei Akustikgitarren, also bei eher komplexen Signalen. Bei Vocals ist es auch so ein Klassiker, wenn man zum Beispiel Sprechgesang hat oder sowas. Oder auch, wenn ein Performer sehr nah ans Mikrofon drangeht, dann haben wir da schnell so Nahbesprechungseffekte. Und der Grundton oder die erste Oktave schaukelt sich oft so bei so einem Laut so ein bisschen hoch. Und da ist ein dynamischer Equalizer perfekt dafür. Ähnlich, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Man sucht die Frequenz raus, die manchmal so ein bisschen raussticht. Und immer wenn sie zu stark dann quasi auftritt, dann wird sie dann um einen gewissen Pegel dann auch reduziert. Genau. Also der Clou ist praktisch, dass das Ding nur dann arbeitet, wenn es auch gebraucht wird. Genau. Nicht statisch, also er zieht nicht konstant Energie raus, sondern nur dann, wenn ein gewisser Schwellenwert sozusagen überschritten wird. Das hat gegenüber dem klassischen Kompressor vor allem auch den Vorteil, also ich kann auch ein bisschen vorleveln. Und es ist frequenzabhängig, dadurch kann ich es ein bisschen vorsichtiger einsetzen, so ein bisschen transparenter damit arbeiten. Wie bei jedem Kompressortyp sind Attack und Release Zeiten sehr, sehr wichtig. Ich finde der Nova klingt echt gut. Ehrlich gesagt arbeite ich lieber mit dem IQEQ von Hofer. Nova, wie gesagt, ist keine Freeware, ist klangig nochmal ein bisschen flexibler und ich kann alles in MS und dies, das benutzen. Aber nichtsdestotrotz, totale Empfehlung für die Nova, weil kostet nichts und den zu haben, schadet auf jeden Fall nicht. Man kann auch Cuts dazu schalten, dann hat man ja insgesamt sechs Bänder. Ja, wenn man die mitspielt. Klassische Cutfelder, High Pass, Low Pass, beziehungsweise Low Cut und High Cut. Was ich auch ganz praktisch finde, gerade wenn man nicht so ein stark geschultes Gehör hat, ist so ein Solo-Knopf, wo man ein Band dann Solo schalten kann, um wirklich zu hören, welchen Bereich. Was passiert denn da gerade genau? Genau, wenn man das Problem aufspüren will zum Beispiel, ist das eine ganz gute Möglichkeit. Ja, tolles Plugin. Soll ich vielleicht noch ein, zwei mehr von TDR zeigen? Wenn wir schon dabei sind, ist das echt eine coole Firma, definitiv. Ich meine Freeware, so im Bereich Kompressor und so weiter, haben die ja auch ein bisschen was. Ja, die haben sogar einen echt guten Kompressor, der fürs Mastering sehr beliebt ist. Nehmen wir doch dann einfach auch mal einen Mix raus. Wir machen einfach mal den hier. Die Rede ist vom Kotelnikow. Tokyo Dawn Mastering Kompressor Kotelnikow. Das ist ein Stereo-Kompressor. Der Clou bei dem Gerät ist, es ist besonders gut geeignet für sehr unauffällige Bearbeitungen auf dem Stereo-Bus. Und damit perfekt für Mastering, weil man möchte ja nichts kaputt machen im Mix, sondern man möchte ein bisschen verdichten. Der kann sehr transparent arbeiten und es gibt auch davon eine Update-Version, eine Upgrade-Version, entschuldige. Die heißt Gentleman's Edition, also Kotelnikow GE. Die hat noch ein, zwei färbende Möglichkeiten, aber ganz ehrlich, die braucht man nicht so richtig. Ich hatte die mir mal gekauft, einfach um die Firma zu unterstützen. Sympathie sehe ich genauso. Die extra Sachen benutze ich eigentlich gar nicht. Okay. Oder selten. Okay. Ich zeige einfach mal, was der auf einem ganzen Mix machen kann. Ja. 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 Ich zeige einfach mal, was der da ist. Ja, der kann, also gerade in dem Bereich so bis, sagen wir mal, so drei, vier, maximal mal fünf dB Gain Reduction arbeitet der extrem, extrem transparent und macht viel Spaß, wenn man eben jetzt nicht was total Färbendes haben will. Also ein krasses Gegenbeispiel zu diesem Ten, den ich vorhin gezeigt habe, der gar nicht unauffällig arbeiten kann. Der Kotelnikow kann das sogar sehr, sehr gut. Wir müssen leider, höre ich gerade aus der Regie, eine kleine Pause einlegen, weil es technische Probleme gibt. Aber sobald die gelöst sind, sind wir gerne wieder für euch da. Okay. Also bis dahin könnt ihr ja ein paar Freeware-Plugins runterladen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wir sehen uns dann ja wieder. Ja. olt Tour Cain. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu Genüge. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. ... 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